Mark 10, hello again! Leute, was geht ab? Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gut durch den Tag gekommen. Kaddi hat leider gerade aktuell noch ein bisschen Probleme mit meiner alten Playstation 4 Konsole. Ich hoffe, dass sich das aber gleich löst, dass wir da auf jeden Fall gleich auch mit Kaddi natürlich zusammen reingehen können. Bis dahin gehen wir jetzt erstmal mit Marco rein. Später wollte auf jeden Fall noch der Mark mit reinkommen. Also ich hoffe, dass er noch kommt. Der hat mir bis jetzt noch nicht geantwortet bei... Whatsapp, Whatsapp! So, bau bau. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. So, dann wollen wir doch mal gucken. Erste Runde auf ganz entspannt... Aua! Der Feind nähert sich! Schluss mit den Spielchen! Es geht ins Kriegsgebiet! Ah ja... Was hat man das denn jetzt für'n Spielfehler hier gerade? Aufpack, Markiere! Lünderungsauftrag bestellt! Battle Royale! Lünderungsauftrag! Ich darf nicht rechts gehen! Ja, einer fliegt auf dem Fall vor mir! Für mehr Zielrichters, wir haben... Vorratskiste gefunden! Position sichern! Stehe unter Feindbeschuss! Auftrag aktualisiert! Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert! Nächstes Ziel eröffnet! Was? Das ist ja niemals Humor! Was? Stark, 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 stark! Verbündeter Clusterschlag nähert sich! Feind sich! Wir wollen keine Position! Der Feind nähert sich! Feind sich in Mode über uns! Wir haben das Geld! Setz einen Sammelbruch! Feind sich in Drohne über uns! Aber er reicht sich nicht! Wohl von auch! Ja, ja! Aber die sollen auch mal mit dazu gehen! Aber die sollen auch mal mit dazu gehen! Starte eine Rakete! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Ich hab hier ein Kisten gelegt! Moin! Ich hab hier ein Kisten gelegt! Moin! Feindliche Drohne über uns! Ich versuch auch mal da mal rein zu gehen! Ich geh so lange aus dem Wind raus damit! Was?! Ey, Digga! Da war doch meine Flash-Garnate bei dem! Will er mich verarschen oder was?! Ich will mich doch komplett hops nehmen hier! Ja, ich mach das! Ja, ich mach das! Ey, meine Flash-Garnate bei dem war noch vervettert! Was ist denn da jetzt? Marco, was macht ihr denn da jetzt? Kommt doch jetzt mal hoch! Wir sind oben! Da waren aber zwei, ne? Verwündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Mein Gott, Alter! Der hat eine steige Scherbe! Naja, der ist weg! Wo liegste? Warte! Ja, okay! Ja, alles gut! Der ist weg, Kollege Richtig! Das Gas kommt hier! Neue Sicherheitszone wird markiert! Ich sag... Wir haben auch ein bisschen Glück und so, aber... Was ist denn? K.O. Ach, das kann nicht wahr sein, dieses dreckige Thermit, Alter! Ach, Digga, verpiss dich! Wie kann der mir denn das Ding... Ja, Mann, genau! Und ich sterbe natürlich so krank dadurch, oder was? Digga, das ist der letzte Müll! Er heftet mir einfach... Vanessa, ich küsse doch dein Herz! Danke auf jeden Fall für deinen heftigen Support! Dafür, dass du auf jeden Fall auch das ganze Jahr dabei warst! Ich bin hier unter... Heftiger Support auf jeden Fall! Guter Treffer auf Sie! Ein Jahr dabei! Auf jeden Fall immer gute Challenges durch dich am Start! Danke auf jeden Fall dafür! Feindliche Drohne über uns! Absolute Ehre! Äh, Vanessa, was macht der Mark? Er hat mir irgendwie geschrieben, dass er heute mitzocken wollte, aber irgendwie... Kontakt voraus! Nix von ihm! Die feuern aus allen Rohren auf mich! Jagd sie hoch! Immer nach oben am Dach! Feindlicher Präzisionsluftschlag! Entdeckung! Wisse mit denen! Auseinander gehen will! Das Glas breitet sich auf! Kontakt voraus! Die Feuer werden aus allen Räumen auf mich! Ich spür dir da jetzt rein! Wer ist jetzt rein, Hort? Nööö... Die nehm ich ins Visier! Wow... Ich bin erinnert Ich bin erinnert Beide hoch Schussverkauf aktiv Preise der Vorratsstation wurden angepasst Die nehme ich ins Visier Fläschgranate geworfen Was? Nein, was für? Was ist denn mit? Ey, ich hasse es, wenn die Fläschgranate acht Stunden später hochgeht, man Wofür schmeiß ich denn die Scheiße, man? Das ist so dumm gemacht, ey Das ist so dumm gemacht Wir müssen in der nächsten halbe, drei, vier Stunden nur nach Hause kommen Ah, okay, gut, weiß Bescheid Danke auf jeden Fall Ich bin getroffen Fight erledigt Vielleicht in den Cluster da und dann direkt drauf da unten Und gehst du, gehst du da nochmal? Ja, muss ich da Das Gras breitet sich aus Verbündeter Clusterschlag nähert sich Alles in der Sicherheitszone Wir werden herzlich willkommen Stehe unter Feindbeschuss Wo oben ist einer? Markiere Wegruppenkoordinaten Ja, einen hab ich ganz oben auf dem Dach Das Gras breitet sich aus Sicherheitszone verlegt Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achten Das Gras breitet sich aus Feind gesichert Sehen Zehn sind noch übrig Nicht nachlassen Du verlierst deinen Boden Markiere Versorgungsstation Weitliche Drohne über uns Weitliche Drohne über uns Ha! Hup! 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 Grennate geworfen Grennate Starr Hup! Hup! Das Gas breitet sich ein. Setz einen Luftschlag ein. Hier ist Stryker 3-1. Alles klar. Luftschlag im Anschluss. Schüsse daneben. Wir hatten keine Chance. Gut gemacht. Boom, Junge! Lösch euch! Mann! Ach krass, krass. Danke auf jeden Fall für die Info mit der Shisha, wa? Krass, dass hier einfach wieder geschlossen ist, ne? Aber gut, wenn der in unsere paar Campingstühle reinsteht, warum wir uns nicht vorgehen, dass wir dann wieder runter, ne? Leute, danke auf jeden Fall. Erste Runde, wir haben direkt reingehastet. Zwei Randoms mit durchgezogen. War eine starke Runde. Gut reingegangen. Es sah zwischenzeitlich nicht danach aus, ob wir da was reißen können, aber... Haben wir da auf jeden Fall gut reingehastet. Ist doch klar. Mann, Leute, machen wir uns doch nichts vor. Wir sind doch da. Wir sind on point. Diese Dark-097. Na klar. Durchgezogen. Durchgezogen haben wir. Äh, ne. Hab ich noch nicht. Äh, ich hab noch nicht nach dem Stadtbisch geguckt. Äh... Muss ich jetzt auf jeden Fall die Tage mal machen. Wollte ich aber am Wochenende in Ruhe machen. Äh... Ah, der Stuhl, Bruder. Mega entspannt das Ding, ne? Puh. Komm. Der Stuhl, ich. Der Stuhl. Na klar. Äh, ist kann ich jetzt eigentlich da? Ich bin doch im Spiel. Gar kein Stress. Wir warten dann kurz. Aber läuft jetzt oder was? Ja, jetzt scheint es ja gerade zu laufen, ne? Es war aber nicht zu laut. Ähm, ne, Vivian. Also wie gesagt, am Schreibtisch wollte ich jetzt am Wochenende mal gucken. Ähm... Ich denke, es wird auch eher schwer, dass ich einen... in dieser Konstellation finde. Ähm... Aber da muss ich mal nachgucken, ne? Wobei... Ich bin auch ganz ehrlich, zur Not hol ich mir dann halt auch drei so Campingtische, weil mich stört das nicht. Also... Ne, hol dir doch eine Arbeitsplatte, Fisch, und mach... Kauf dir so Alufüße. In der Höhe einzustellen. Ah ja, das könnte man auch machen, ja. Ja, und da kannst du doch auch noch ein Rückwand dran machen, hinten. An den Füßen. Schön, weißt du? Naja, klar. Ich glaube, das ist schön durch die Arbeitsplatte so eine Durchführung machen. So die Klebelchen langlaufen. Da kommst du gut... Ja, wie gesagt, Kabelmanagement und so ist hier gerade noch komplett Müll, ne? Also richtiger Schrott. Wenn es nachher dunkel ist... Äh... Justin, du darfst alles von mir haben. Du darfst alles von mir haben. Ähm... Später, wenn es dunkel ist, müssen wir nochmal einmal hier so eine LED testen. Ich möchte mal gucken, wie das so im Hintergrund wirkt, wenn nur die an ist. Ob ich dann noch hell genug bin oder nicht. Äh... Weil diese weiße Wand ist mir absolut zu hell. Deswegen werde ich vielleicht auch zwei kleinere, ähm, LED-Panel holen für die Frontbeleuchtung und nicht die großen Softboxen, weil die halt auch mega viel Platz wegnehmen. Ähm... Da muss ich aber mal gucken, ob ich welche finde, die man dimmen kann. Ähm... Damit dann der Hintergrund dunkler ist. Wobei ich natürlich auch sehr nah am Hintergrund sitze und dann kann man vielleicht noch mit zwei... Äh... Es gibt so Strahler, äh, die halt, ähm, auch LED können mit Handy und so. Dass man dann vielleicht den Hintergrund auch ein bisschen geil beleuchten kann und so. Aber wie gesagt, Leute, wir sind ja jetzt auch erst im Aufbau von dieser Streaming-Ecke. Wir werden das auf jeden Fall alles zusammen bauen. Ach! Ich habe heute übrigens die langen Nägel vergessen. Muss ich mir morgen auf jeden Fall merken, dass ich noch lange Nägel hole. Weil ich ja wie gesagt hier oben die, äh, Controller hinhängen wollte. Also die alten. Ja, noch so viele alte, die wollte ich dann hier so hinhängen. Sieht glaube ich noch ganz cool aus, weil da oben habe ich halt auf jeden Fall so ein leeres Loch und das gefällt mir nicht so ganz. Deswegen, äh, werde ich da auf jeden Fall probieren, dass wir da noch ein bisschen was an Deko reinkriegen. Ja. Das sind so jetzt erstmal die nächsten Pläne, ne. Aber sonst muss ich sagen, bin ich doch schon sehr zufrieden. Also, in dem einen Jahr, wo wir jetzt Affiliate sind, hat sich doch schon einiges geändert vom auf der Couch liegenden, äh, ja, äh, vom auf der Couch liegenden Fisch, der auf dem Fernseher spielt, zu nem Fisch, der jetzt auf Monitor in nem Gaming-Sesse spielt. Also, da hat sich auf jeden Fall schon einiges getan, ähm, und das natürlich auch zum Teil natürlich auch nur durch euren Support und dass ihr auch immer wieder guckt und auch selber, äh, Anregungen habt und so. Das feiere ich auf jeden Fall mega. Ich habe das auch über hart gefühlt, einfach, dass wir alle zusammen diese Ecke so ein bisschen designt haben und sowas, ähm, finde ich auf jeden Fall immer sehr nice, wenn man sowas zusammen macht. Und nicht dann einfach nur das fertige Ergebnis sieht und deswegen, äh, würde ich sagen, dass wir das auch so beibehalten, ja. Äh, ja, ja, klar, ich kann dir noch eine schicken. So, bau bau bau. Übrigens, Leute, keine Info, also ab morgen 6 Uhr ist dann auch das Mid-Season-Update dann verfügbar. Da gab's ja, äh, gestern das Update für, äh, Call of Duty Call Bugfish und heute gab's ja dann das, äh, Update für Warzone. Das ist dann alles ab morgen früh 6 Uhr spielbar. Ich denke, dann wird's noch ein kleines In-Game-Update geben und dann, ähm, wird's da halt auch weitergehen. Äh, dann kommt ja bald noch das Numbers-Event. Das soll ja so um den 20. rumkommen, äh, soweit ich die Infos habe. Das ist ja dann wieder ein Live-Event. Und, ja, dann jetzt ab Freitag bis Sonntag auf jeden Fall Beta ist ja, äh, geplant. Und dann nächstes Wochenende halt auch 4 Tage Beta dann. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Content und ein paar Sachen, die wir so erleben können und machen können. Hat einer von euch gestern, äh, Reveal-Event geguckt von Call of Duty? Äh, Kaddi, was wolltest du? Äh, ich wollte nur sagen, dass ich am 26. wahrscheinlich frei habe. Ja, 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 genau, genau, genau. Das Turnier steht da auch noch, äh, an. Ähm, okay, dann weiß ich da auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ich gehe nämlich dann Sonntag arbeiten. Sonntags? Ja, sie haben nämlich sich überlegt, dass sie verkaufshaften Sonntag machen. Ja, ne, klar. Ja. Wir warten auf den Einsatzbeweg. Macht Sinn. Zeit zum Aufwerfen. Seit Corona ist das nicht so. Ja, ja, Corona vorbei, dann kann man auch, da kann man reingehen dann jetzt. Auch Weihnachtsgeschäft direkt mitnehmen, ne? Wir sind ja jetzt auch im Weihnachtsgeschäft. Da kann man direkt reingehen. Es gibt ja jetzt auch schon Spekulatius und gefüllte Lebkuchenherzen, äh, zu kaufen, deswegen. Also Leute, Weihnachten steht vor der Tür, ne? Ich kann mal langsam anfangen hier, Weihnachtsgeschenke kaufen und sowas, ne? Weihnachtsgeschenke kaufen und das im September bei 29 Grad. Und da muss es los, ehrlich gesagt. Der Feind nähert sich. Ich glaube, wir kriegen wieder so einen richtig goldenen Herbst und hier, äh, September, Oktober, da haben wir dann nochmal, keine Ahnung, 25 Grad und sitzen abends 11 Uhr noch mit der kurzen Hose am Rhein. Ehrlich, ey, so'n Ding wird da nicht. Dann ab Ende November, minus 15 Grad, ein Meter Schnee. Wo machen wir das dann? Soll wir das flippen fahren hier auch mit B8? Ja. 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 filiale direkt erkennen sie einen auf einmal nicht mehr verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet vielleicht eine drohne kaufen oder sparen für den zweiten loadout äh ne könnten wir eigentlich sparen für den zweiten loadout einer kommt auch zu uns jetzt gerade hier ist schon an den beiden gebeuren ich denke mal er geht nach oben das kopfgeld ziel wurde ausgeschaltet gut gemacht auf dem dörf ist einer naja hab ich gesehen rausgenommen noch einer am dach feindliche drohne über uns das gras kommt das ist die 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 haben mich anvisiert so macht man das bei folgen nicht anders packt klappt die 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 rüstungslieferung unterwegs das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert ich bin unten also über mir eingangs von der straße feindliche drohne über uns ja aber ich sehe ihn ja nicht noch 25 übrig ich habe es doch aber ich habe ein bisschen angetickert der bündete ausrüstungslieferung unterwegs ja die sind hier vorne vorrücken zu meinem weg naja oben am dach sind die einer habe ich oben auf jeden fall dauernd geschossen du bist sicher du hast die feindlichen verfolger abgehängt da laufen zwei leute rum und kein flash davon oder was ist schon wieder so schlecht ist doch nicht normal alter drei leute sind oben am dach schussverkauf aktiv preise der vorratsstation wurden angepasst feindlicher präzisionsflugschlag in deckung und Da ist einer bei mir ungefallen. Reinige Drohne! Reinige Drohne über uns! Der Feind nähert sich! Hier werden nicht kommen! Der Busverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Das kann doch nicht... Das kann nicht wahr sein, Mann! Die haben mich anvixiert! Wieder zwei oben am Dach. Wir müssen zur Sicherheitszone! Über dir sind die. Schau die. Was für, Mann! Das ist nicht normal, Alter. Weiß ich auch, Lust hast du in dieser Lande. Kommt ihr nochmal wieder, oder? Ja, ich komm nochmal wieder. Was ist auf da drinnen, was der Lande, der nicht sehen kann, ne? Ja. Ist runtergegangen. Ja, das ist halt auch dumm, dass man es halt nicht sieht, ob man nochmal wiederkommt oder nicht, oder? Ja, da ist auf jeden Fall ein ganzes Team drauf, hier auch ein Team. hier ist noch eine Marse dran, ich weiß ja, wo sie hier rühren! Hier ist noch keine Waffe dran, ich weiß ja, wo sie waren. Er Chartermann hier! Hier! Das ist doch noch! Die will mich ins Visier! Die werden die hier in den Schlacht! Komm gut! Nein! Da noch eine rausgenommen Was für eine Feder Schulter rechts Meinst du das hier? Das ist, äh, von, ähm, wie heißt denn das Spiel nochmal, Alter? Noch 10, weiter so. Also ich hab den Namen von dem Spiel vergessen. Aber hier, warte. War auch ein absolut nice game. Alter, wie hieß denn jetzt nochmal das Game, Mann? Bruder, bin ich denn bescheuert oder was? Warte, ich geh einmal gucken. Ich muss nur auf die Zunge. Division. Genau. Die sind unter dir im Haus. Rausgegangen. Oh, der hat den sogar noch hochgeholt, ey. Einer ist tot. Stark gemacht. Stark gemacht. Äh, sind wir wischen. Klappchen, sind wir wischen. Das war auch ein sehr nice game damals. Das ist ja der Vision, absolut nice game. Also wer der Vision nicht kennt, Leute, das müsst ihr euch unbedingt mal, wenn's irgendwo billig ist oder so, holt euch das Game. Das macht so Laune zu spielen, ne? Der erste war New York, ne? Der zweite war dann... Auf meiner Schulter, Alter? Was meinst du denn mit meiner Schulter? Was für ne Feder? Schulter? Bruder, das ist meine rechte Schulter, ne? Und hier steht ein Playstation-Logo. Und da ist, äh, die Figur von The Division. Das hier sind Gewindestangen, wo die Boards dranhängen. Das ist ne Palme, das ist mein, äh, Logo, und da oben stehen zwei, äh, Figuren. Und hier sind Sammelfiguren. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man hier ne Feder sieht. Was hast du gesagt, Hadi? Du hast Werbung. Ich hab Werbung. Der Feind nähert sich. Ja, eigentlich ist das immer so. Wenn man den Stream aufmacht, kommt am Anfang so 20 Sekunden, glaub ich, Werbung. Wir sind schon wieder nur zu dritt. Haben wir denn wirklich schön? Ja, aber... Ja? Es gehen ja wenige Leute einfach alleine in der Tür rein. Okay. Also ich hab auch immer Werbung, wenn ich bei irgendeinem reingehe. Aber auch immer 20 oder 30 Sekunden ist immer Werbung. Der Fisch hat übel viele. Was wolltest du jetzt, hä? Ja, der Fisch hat übel viele. Ja, also ich hab immer übel viele viele. Ja, also das hier meinst du. Aber das ist ja mein Dirty Moria-Slogo. Das hab ich ja damals selber entworfen. Das ist ja auch keine Feder, sondern das Logo. Ja, nochmal. Also wenn du das meinst, dann ist das Dirty Moria-Slogo. Das steht im Buchstaben D-I-W-Z. Und ähm... Ja, ich hab wenig Laufverbot. Junge, was denn für eine Schulter? Das ist mein Mikrofon und das ist ein Schlauch. Bruder, jetzt verwirr mich nicht, Alter. Schick mir einen Screenshot und sag mir, was du meinst. Bruder, ich hab jetzt schon alles hier im Hintergrund erklärt, Alter. Ich weiß ja gar nicht, was du meinst, ey. Hä, jetzt steht da irgendwas von Feder, Junge. Was für eine Feder. Wir holen den jetzt runter, Mann. Ziele aktualisiert, weiter zum nächsten Standort. Vereine landen im Einsatzgebiet. Nein, aber nimm doch die Boxer. Ich bin getroffen. Getroffen! Ziele abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Ich weiß nicht, warum, Alter. Alter! Der ist erledigt. Ja, also mein Mikro. Ja, ja, genau. Mikro, hier. Aber sieht man halt durch den schwarzen Hintergrund vom Stuhl schlecht, dass das hier zusammenhängt. Geil, Alter. Was hast du denn auch für eine Feder an? Ich... Oh, Mann, Alter. Geil, Junge. Wie lange braucht dieser Raketen, Alter? Der ist ja schief, Alter. Und hier habe ich schon eigene Waffen. Bruder, ey. Das ist so zum Kotzen. Wenn du den Start verpasst in diesem Spiel. Der Typ ist unten. Den darf ich denn rausholen. Ne, unten ist noch einer gerade. Ich weiß, was da kommt, ich schneide auf mir. Mann. Ich dachte, ich... Ich erledige das. Was war das gerade eigentlich für ein Bug, dass da Schlüsse hinter mir waren, obwohl keiner hinter mir war. Das ist doch auch zum Kotzen, Mann. Was sind das für Anzeigefehler, Bruder? Wenn da einer hinter mir stehen würde und schießen würde. Okay, Bruder, dreht dich achtmal um, ist keiner da. Seit gestern ist der Fehler. Da muss sich jemand in den Panzerraum. Der hat einmal um die ganze Welt geschossen. Ach so. Ah ja. Okay, sorry, wusste ich nicht. Es gibt dein... Das hast du gemacht und das gibt's als Emoji? Ja, genau. Das Emoji hab ich ja auch gemacht. Also das hab ich ja hochgeladen. Das hab ich ja reingemacht. Und wenn du bei mir Abonnent bist, dann bekommst du ja dieses Emoji freigeschaltet. Du kannst ja eigene E-Motes und so hochladen. Die muss ich jetzt auch irgendwann nochmal überarbeiten. Das waren erstmal nur so Test-Emojis, damit ich erstmal welche drin hab. Der hier ist dort. Ja, genau der. Ja, die Vision hatte den ja gerade... Ja, genau, hatte ich gesehen, ja. Ich müsste den aber zum Beispiel, den muss ich eigentlich auch noch die Farbe umändern. Ähm. Ja, weil mein Chat ist ja schwarz. Oder der Chat ist ja eigentlich immer schwarz. Äh. So, aber das Problem ist halt auch... Äh. Das hat nicht so... Einfach gemacht. Wir haben da schon drei, vier Versuche gemacht und immer geguckt, wie's am besten aussieht. Weil das Feld halt auch so klein ist und das... Ähm. Emoji. Einfach auch... Das ist so ne kleine Datei. Ich bin getroffen. Nein. Ich hab da voll die Probleme mit das einfach. Ich hab wirklich da zu sein. Arbeiten, wir markieren. Naja, klar. Aber deswegen, also, da bin ich auch am Arbeiten und ich hab auch schon ein paar Ideen für neue Emotes, äh, im Kopf und so. Die muss ich dann nur noch, ähm, entwerfen und dann können wir die auch hochladen. Und umso mehr Leute wir auch wehren im Stream und auch Zuschauer haben und so, äh, umso mehr, äh, Emotes, da kann ich auch freischalten. Das heißt, ähm, das heißt, ähm, dass man dann auch in Zukunft mehr machen kann wie drei, wenn man irgendwann fünf und zehn machen und sowas. Also, wir entwickeln uns weiter, ne? Umso mehr Leute auch aktiv am Chat natürlich, äh, teilnehmen, da kriege ich dann auch wieder Herausforderungen bei Twitch. Und wenn du diese Herausforderungen freigeschaltet hast, dann kannst du zum Beispiel, ist es dann für den Creator, dass der dann mehr VIPs vergeben kann oder mehr, ähm, Emotes erstellen kann und all so Sachen. Ja, dann müsst ihr da mal einen Screenshot machen, wenn ich ausraste. Und dann müsst ihr mir das schicken und dann können wir das gerne einpflegen, gar kein Problem. Ja, ich fliege den Vogel. Dein Primärziel ist, dass wir alle zu töten. Vorratskiste gefunden, sofort sicher. Feindliche Drohne über uns. Feindliches Team, verfolgt deine Position. Oh, ich bin mal einfach rot. Ja, nice. Nächstes Ziel entdeckt. Panzerung lokalisiert. Wir hätten das Geld. Habt einen Heli gefunden. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Unterwegs. Welche Richtung wird's denn rot? Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Alle Vorratskisten für gute Arbeit. Oh. Schnappen wir das. Marco liegt mir doch nicht. Feindliche Drohne über uns. Kannst du aber auch noch eine? Du brauchst noch eben eine? Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird... Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Kann das hier jemand gebrauchen? Kopfgeldziel aktiv. Hol den Gott. Einer war auf jeden Fall am Shop. Wir nehmen mich in die Tür. Feindliche Drohne über uns. Jagd sie hoch. Feindliche Präzisionsluftschlag. Das Gas breitet sich aus. Die Obertür. Geschoss. Hier kommt der eigentliche Clusterschlag im Anflug. In Deckung. Aufklärung bereit. Drohne erreicht Einsatz. Gewillt tief Position. Vorrecken. Oma am Dach steht die. Ja. Das ist einfach drauf. Zwei Oma am Dach. Ist der wie im Back hier? Guck mal hier. Ich habe mich anvisiert. Was ist das denn? Ich habe keine Zeit zum Gucken. Hä? Okay. Achtung. Drohnen Treibstoff ist mit ab. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich habe gar nicht gesehen. Feindliche Drohne über uns. Ich habe scheiße. Du hältst deine Ausrüstung. Dann hat der Schöne nicht ins Visier. Nein Mann. Das kann nicht sein, Alter. Ein letzter Hampelmann, Alter. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Warte, bist du schuldig? Nee, nee, nee. Ich bin komplett weg. Also vielleicht mit viel Glück, aber ich glaube eher weniger. Was ist das? Ja, er drückt sich die Spritze und Leben ist direkt voll. Instant. Kann auch nicht sein. Das war ein harter Kampf da draußen. Zurück zur Basis für die Einsatzbefragung. Manchmal haben auch andere Teams so viel Lack, ne? Aber egal, zwei von den Rausen. Nee, einen nur Rausen. Einer von den Rausen. Ach so, den hinteren dann, ne? Wo ich gesagt habe, brauchst du dich gar nicht hinlegen. Haben wir aber auf jeden Fall einen gut vollgepackten September jetzt, ne? Mit Turnier, Beta. Ja, wird ein lustiges Wochenende jetzt. Nächste Wochenende auch, danach dann. Turnier, absolut wild. Wer kommt? Muss eben der Kimi die Tür aufmachen. Ah, okay, 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 okay. So, dann ist also die Kimberley auch schon mal wieder zu Hause. Vom Training. Komm mal hin. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Der Feind nähert sich. Das heißt, der hat sich. Ja, danke. Danke. Voll vergessen, dass ich ja die OTS noch gar nicht fertig habe. Ich wollte die doch jetzt auch mal zoppen. Die Feinde landen im Einsatzgebiet. Erledigt. Das heißt, der Feind springt über dem Gebiet ab. Schluss mit den Spielchen. Das geht ins Klinge. Na mal ein Finisher, na klar. Ach, guck mal, auf 52, dann haben wir die ja doch schon fast fertig. Da könnt man nämlich auch mal ein paar Hunden mit der OTS spielen. Nee, zwei, ich hab sie aufgegeben. So eine Bullshit-Waffe. Ehrlich, das. Könnt ihr euch nicht ausmalen. Hochgeldauftrag localisiert. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Feindliche Drohne über uns. Ah, die wurde schon gesnipet, ey. Gibt's doch nicht. Äh, äh. Och, wurde schon gesnipet. Ach, so nicht, klar. Was ist das denn für eine Kiste, Marco? Welche Kiste? Die du da gelegt hast oder markiert hast. Munition. Munition? Mann, ey. Mal halt die doch einfach bis zum Lowdown, ey. Mein Gott, ich hatte aber noch eine Todeskiste. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich hab gar kein Geld. Ah. Platziere Panzerabhängen. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich brauch immer den Platten, ey. Ja, warte, ich bring dir Geld. Dann kannst du dir welche kaufen. Okay, ich hab ich gekauft. Achtung, Feindliches Team verfolgt eine Position. Ich hab's geholfen. Nein. Oh, der kauft. Oh, das ist gut. Da ist ja, warte, komm her. Oh, der kauft. 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 Die Zeit ist um. Auftrag abbrechen. Das Gas kommt. Feindliche Drohne über uns. Alle sind in der Sicherheitszone. Die Sicherheitszone ist unterwegs. Was denn? Ja, ich sage, ich kaufe es in der Luft. Reib aus dem Grund, dass ich da war. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Komm, mach weg den Scheißer jetzt. Nur noch 25 übrig. Gut, weiter so. Der Feind hat dich verloren. Du bist sicher. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. So. Jo, natürlich. Irgendwo vom Dach. Feindliche Drohne über uns. Alter, Bruder hat der mir an dem Ding verpasst. Ich nehme mich jetzt mit dir. Zwei Seiten. Der eine ist auf der... Ja, ich habe Falsche. Zwei sind rechts. Zwei sind draußen im Raum. Einer ist da draußen an meiner Leiche. Macht die Klappen rein. Werfe eine Granate. Feindliche Drohnen. Feindliche Drohne über uns. Ah, komm schon. Wie lange willst du denn noch gammeln, ey? Mein Gott. Feuerwart verbrannt. Leichen verbrannt. Feindliche Drohne über uns. Panzerung lokalisiert. Die Uhr tickt. Begib dich zum Ziel. Feindliche Drohne über uns. Die haben mich angetiert. Aufrag abgeschlossen. Deine Bezahlung wurde genügend. Ohne, in dem Turm sind auf jeden Fall welche drin. Feindliche Patrouille. Ich bin da in Dordas wohl. Ja, von wo? Ne, ne, die komme ich schon bei mir rein hier. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht von wo. Er bewegt dich, was? Ach, der steht ganz oben auf dem Dach. Warte, ich probiere mal, der runterzufallen. Auf deiner Seite. Bleib mal auf deiner Etage. Probier hier auf das Gitter runterzufallen. Bin da. Ne, bin unten, bin unten, bin unten. Stark. Der Fußverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Die Zeit läuft uns davon. Schnell ins Zielgebiet. Ah, was hat mich anbetiert? Nimm das. Das Gras breitet sich aus. Stehe unter Feind, Bischof. Mann, Alter. Hier ist doch wieder einer Seite. Den hol ich raus, Junge. Den hol ich raus. So, weil du oben am Dach kennst. Ehrenlose Stütze. Das andere ist auch noch einer. Aber ich komme wieder. Entsenden wir werden Freunde. Ach, Mann, ey. Das ist aber auch nicht ernst, wenn solche Leute. Das bin ich mal wohl nichts vor, ne? Ich höre dich auch nicht, weil ich habe Kopfhörer auf. Bei mir auf der Etage sicher. Ziel am Boden. Nein, nein! Hey, der wurde mir doch vor... Er wurde doch wo ganz anders angezeigt. Kimberli, ich grüße dich. War das drin, Kimi? Ja, ist doch einmal grau. Zur Zielposition vorrücken. Ignoriert das. Da ist einer nach draußen gekommen. Zur Zielposition vorrücken. Stehe unter Feindbeschutz. Ja, ihr seid auf jeden Fall erstmal safe da in der Position, ne? Wir sind alle in der Sicherheitszone. Das ist ja gerade hier noch da. Nicht mehr weg, guck mal. Ach so. Ja, wusstest du? Ich dachte, du bist auch hier oben. Ja, Marco, da gucken wir mal. Auf 10. Fast geschafft. Oh, starten. Schade, 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 schade. Gibi, das freut mich, dass es warm, schmitzig, aber geil war. So muss das sein. Training muss immer auch ein bisschen auspowern und so. Aber umso mehr Spaß macht es ja dann auch, ne? Hängen aber auch immer alle am Prison-Dach, ne? Immer Prison-Dach. Rein in die Olga. Ist doch nicht mehr feierlich, ehrlich. Genau, jeder Tag kann jetzt sein, nicht mehr Personal. wie viele warte denn ein paar zielübungen der einsatz geht bei schluss mal schnell ots weiterleveln der feind nähert sich zwei leute ist aber richtig viel aber ist ja dann auch entspannter das ist ja schon fast ein persönliches fehlling ach wie ich sowas manchmal hasse mit den spielchen es geht ins kriegsgebiet der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten wollen wir mal die ots jetzt ein bisschen weiter rein so Was ist das? Ja, dann gehen wir da hin. Kein Problem. Markierung der Zielposition. Der Fall springt über das Gebiet. Angriffsfreigabe für alle Zielsäure. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Das ist ihm eingesetzt. Das Tiere kann herabnehmen. Negativ. Achtung, Bewegung. Die Uhr tickt. Vergib dich zum Ziel. Feindlicher Clusterschlag im Achtung. Hintergrund. Starte eine Gapete. Das kann nicht sein. Das ist ein paar Echt. Ich bin der Fall. Ach. 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 Im Achtung. Das ist ein paar Echt. Ich bin der Fall. Ja, jetzt nicht zu spät. das ist ein paar negativen ja ich wollte dir das so sagen du kannst damit nicht so schnell schießen ja ich war ja ich kenne das manchmal auch das ist so schlimm sie haben mich anvisiert das hat mich jetzt aber aufgeregt das hat mich jetzt aber aufgeregt über uns es ist jetzt wieder geholt kopfgeld ziel gesichtet schnappt es euch sind auch hier sind auch direkt zwei teams wir hier wieder mit nichts unterwegs ausrüstungslieferung ist unterwegs ich muss auf jeden Fall zum low low da bringt alles nichts Jungs und Mädels natürlich bitte ne das Gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt ich bin getroffen ich bin getroffen ich bin getroffen ich bin getroffen es wurde ausgeschaltet gut gemacht ich kann das hier jemand gebrauchen Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Feinde landen im Einsatzgebiet. Sie werden hier beschossen. Auf oder ich? Vom Auto. Feindliches Ziel. Ist das Hilfe? Nein, nein, das ist... Nein, 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 wir haben ja... Wir sind los. Nach 25 übrig! Wer hat Handwerker um übrig? Wir nehmen dich ins Visier! Fisch ich dir hier, ne? Wo? Hä? Das Gas breitet sich aus! Nee! Nein, ich hab da hingeschossen. Hab hier eine Primärgranate. Ist da jemand? Da war gerade einer. Hä, ich bin doch hier vor. Einen hab ich da auf jeden Fall gerade rausgenommen. Achso, okay, rausgenommen. Schau mal, du schommst von da aus. Von hier aus. Ach, hinter den Augen? Wir haben hier. Positiver Kontakt. Positiver Kontakt. Wir stehen unter Feindverschutz. Warte, 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 lassen wir erst durch, lassen wir erst durch. Kommt einer. Ja, also, von, von dir aus. Ey, Junge, ich hab hier überall, ich hab keine Munition, nichts. Jetzt hab ich auch noch einen mit dem Schild hier vor mir. Das war's. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1... Feindliche Drohne über uns. Der ist schon Schildbreak Der Fußverkauf ist beendet, alle Preise wieder normal Unter mir sind auch der HB Kopfgeld ziehen, markiert, ausschalten Stehe unter Feindbeschuss Das Gas breitet sich aus Der Sieg, Hut auf deinen Schultern, beende die Mission Feindliche Drohne über unten Feindliche Drohne über unten Feindliche Drohne über unten Genau da sind die alle Hinter der Mauer Feinde landen im Einsatzgebiet Unter dir landet einer Feindlicher Klasterschlag im Abflug Entdeckung Nein Die haben dann aber auch immer noch Cluster, Master und ihre Fuhrboot oder haben sie auch noch Gehen wir jetzt mit dabei, oder? Nein, die ist nicht hier Achso, ich dachte, die war mit dabei Die ist hier Warte, warte, warte Du wirst die schon hören, wenn die drinnen ist Oh, Battlepass 18 schon Der feine Herr Junge, 18, Alter Oh Leute, pass 65 Die feine Damen Battlepass 87 Der feine Herr Der kommt einfach mit 18 um die Ecke, Alter Geil, Junge Einfach wieder einen rausgehauen heute Der Marco heute on point, Leute Der Marco ist on point Ist keine Doppel EP irgendwas, ne? Ich kann Token anmachen, oder? Ja, mach mal Token rein, ne? Mach ich mal rein Token, ne? Mit die Tokens Mit die Tokens Ausrüstung und Waffen überprüfen Flugzeuge werden Einsatzbereit gemacht Neee Das muss erst brechen, ne wacht ja, das ist hier Der Wettbewerb Das ist hier Der Feind der Herr 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 Ziel am Boden Der Feind springt über dem Gebiet ab, aus dem Himmel ab Das Aufwärmen ist erledigt, legen wir endlich los So Ah, die OTS, die spielt sich schon nice Muss man ehrlicherweise sagen, ist auch eine starke Waffe Wie bitte? Ich sehe ein Blünderungsauftrag Battle Royale Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Ticket Das Gas, Mike, schnell in die Sicherheitszone Dein Primärziel ist, dass sich alle zu trennen Hast du gesehen, wie man das macht? Ach, Digga, das Kann nicht sein, Mann Mischte ich da wieder so ein Lappen da ein, Alter Ehrlich, ey Mit welchem Recht bestärs ich da ein, der Humpel, Mann Eben, Siehloh Eben, Siehloh auch so blass oben drüber auftrag aktualisiert ein neues zielobjekt wurde identifiziert ziele aktualisiert weiter zum nächsten standort ich habe richtig krass veräumt oder was war das denn aber gut dann kann ich oben auf dem wasserturm landen ein ding ein schuss alter oder richtig veräumt ich habe ihn doch gar nicht gesehen mann ich bin da ungewesen soll ich dir das sagen als ob da einer auf dem dach ist auf dem dach sind immer welche einfach landung verkackt ich bin ehrlich gesagt schlecht ein bisschen mehr rein Das war's für heute. feindliche drohne über uns feindliche drohne über uns du erhältst eine ausrüstungslieferung ja der ist rausgegangen ne ne nicht nicht kann ich die nehme ich ins visier der wand ist unser loader und so weit weg noch eine rausgenommen da müsste Team ausgelöscht, ich habe die anderen zwei einer ist aber noch drin der ist aber nach unten gegangen der ist unten drin eine ausrüstungslieferung wobei dir Marco ich kann nicht markieren das kann nichts ja und mein Termit alter, bleib an der Fensterkante hängen oder was guck mal das hätte den so getroffen das ist zum Kotzen mach totenschiller an und lauf rechts rum, hier rechts hoch genau, perfekt schön gespielt die känten da noch richtig ab, weißt du das mann ist das das ist doch nicht normal alter wegen Wichser unten Feinde landen im Einsatzgebiet da sind auch wirklich auf dem Dach gewesen gerade aber auch da Fisch es sind noch 24 Feinde dort draußen tönte sie alle wer seid alle am Marsch der Helde ich gebe auf dann ja hier ist der hier vorne bei mir ja hier ist der vorne ja sieh hier hier sind auch drei Stück oben auf jeden Fall Fisch ich soll laut zwei Teams sein ja ja hier sind auf jeden Fall zwei Teams falls sie hier sind wie positiv dann verpackt wie kann man wie so ein Hund in der Ecke campen Mann Digga du bist so schlecht alter du bist so schlecht überlösch dich ehrlich ey Mann wie ich solche Schwitzer hasse alter die spielen um das Leben ihrer Großmutter alter alle sind in der Sicherheitssonne Marco über dir über dir oben an der Treppe ist einer der Feind nähert sich der Drohung ausgescheitert leider rausgenommen ich wollte ne oder ne immer weg davon Termin ja dieses Termin manchmal auch heikel ne Moin Kai herzlich willkommen freut mich dass du eingeschalten hast ja klar immer alle schick alle schick weil der jetzt auch Peter am Start zwei Wochenenden dann Turnier Leute also wir haben einiges vor jetzt im September ne im Mutant September so machen wir erstmal Cola an ne Cola ich bin so am sweaten ne Rudi du Fischi ja hier läuft Wasser Tatsächlich tatsächlich war jetzt jemand duschen ne äh warst du heute gar nicht im Schieber arbeiten im Schieber arbeiten im Schieber arbeiten hä? ich hab doch frei heute da hast du du hast doch hab ich das falsch gelesen ich hab doch vorhin extra noch auf die Arbeit geguckt Dienstag und Mittwoch ach äh Mittwoch und Donnerstag ihr solltet euch aufwärmen der Einsatz geht bald los muss heute arbeiten morgen und Donnerstag zwei weiter und Donnerstag arbeiten ne morgen und Donnerstag steht da glaube ich ne morgen und Donnerstag muss heute arbeiten muss heute arbeiten ja ok ja hier steht ich muss heute arbeiten morgen morgen also wir haben es richtig gelesen man kann es auch anders naja ok dann bieb ich mir leid wir jetzt mal bieb ich wir brauchen und Donnerstag das ist frei und Donnerstag auch ja genau genau wir schaffen wir schaffen wir schaffen wir schaffen wir schaffen wir schaffen Schloss mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Schloss mit den Spielchen. Schuss mit den Spielchen. Schuss mit den Spielchen. Schuss mit den Spielchen. Hallo! Der hat Sani, hab ich zu spüren gesehen. Nee, ich hab ihn ja auch gehört, aber ich hab wieder nur ne scheiß Sniper da in der Hand. Ey, na. Nee, also eigentlich am 10. Und heute haben wir den... Oh, für den Datum. Achtet. Ich hab nur eine Sekunde. Aaaaah! Fick! Lade aus deiner Niederlage! Untersagen ist ein guter Lärm! Aber morgen ist... Genau, genau, genau. Morgen ist mit Season. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen hier im Stream. Morgen mit Season auf jeden Fall. Und äh... Freitag geht's dann rein in die Beta. Da ist er dann... Da steht ja zumindest als Datum, ne? 10. bis... 12. glaube ich, ne? Alles auch. Hast du schon vorbestellt? Ja. Ich hab ja in die Beta schon runtergeladen. Ach so, okay. Ja, weiß ich ja nicht. Ja. Beta ist schon drauf auf der Konsole. 10 GB. 10,57 oder so. Sah aber aus wie Battlefield, ey. Auf jeden Fall. Ach so. Ja, gut. Welche Spiele sieht nicht immer nach irgendeinem anderen Spiel aus, ne? Also machen wir uns nichts vor. Also egal, ob's jetzt natürlich Battlefield ist, Call of Duty, auch Division, äh, Destiny. Es sind halt immer auch alles, äh, Shooter. Zum Beispiel, äh, Season 4 oder 3. Wo war denn das? Da gab's doch diese Sniper und die... Macht euch bereit! Wir starten euch bereit! Wir starten euch bereit! Wir starten euch bereit! Wir starten euch bereit! Ähm... Als... ...dings. Äh, in dieser... In dieser einen Version von Destiny aus den Gulag. Aus den Gulag sei schon... ...schon great. Also von daher... ...jede Spiel sieht ja immer so ein bisschen auch aus wie das andere, ne? Ich sag mal so, wo ich eigentlich nicht so viel Bock drauf habe Ist dieser zweite Weltkrieg so Ich feiere die Waffen einfach nicht so aus dem zweiten Weltkrieg Weil das für mich so So gebastelt alles aussieht Also ich bin eher so der Der gerne Spiele spielt, die in der jetzigen Zeit sind Also auch nicht die Zukunft oder so Sondern jetzt Aber was halt gut ist und was mir halt sehr gefällt Ist, dass das Spiel einfach Weiterhin auf der MW-Engine läuft Und das ist halt wirklich ein großer Vorteil Weil haben wir uns nichts vor Diese Call of Duty Call Bugfish Engine Die ist ja kompletter Müll Schluss mit den Spielchen Es geht ins Kriegsgebiet Dann war ja zum Beispiel auch schade Dass die Leute bei dem Event nur mit der Playstation 4 zocken konnten Also beziehungsweise die Deutschen Die da eingeladen worden sind Und äh Sind auf Lobbys gekommen Nur mit PC Spielern Also das ist natürlich dann auch ein Mist Aber gut Was willst du machen? Ähm Wir müssen uns einfach ein eigenes Bild machen von dem Spiel Und gucken Was so abgeht Und dann kriegen wir das hin Aber ich denke Das Spiel wird schon Ein bisschen Potenzial haben Und zur Not hat man halt immer noch Warzone oder Battlefield Battlefield werden wir uns natürlich auch angucken Begebt dich in die Sicherheitszone Ist ja klar Ich hab grad Kopf gebaut Ich bin jetzt auch wieder da Also Battlefield gucken wir uns natürlich auch an Ist doch klar Leute Machen wir uns doch nichts vor Ich wollte auch Battlefield Ich gehe natürlich noch vorwärts Ich versuche mich nicht mehr zukommen Nein Das Spiel wird mir noch nie zu 느낌 Okay Das Spiel wird auch immer noch nicht mehr zu tun Okay Das Spiel wird noch nie zu tun Das Spiel wird noch nicht mehr zu tun Ich glaube ich wird noch nicht mehr zu tun links zum shop ja hier kontrollzentrum 1 ja können wir gehen können wir gehen aber wir haben nur 6 8 zusammen macht er schon da geht er rein ja also wie gesagt battlefield werden wir uns natürlich auch auf jeden fall angucken er hat mich schon wieder angezündet mit dem scheiß dinge ja man mit diesem scheiß termite ich wollte wieder laufen also wie gesagt ich bin gespannt wie die beta wird auf jeden fall feinde landen im einsatzgebiet ab wann kommt so viel besser doch noch mal eben morgen 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 ist er oben da kann er nur oben sein da verlierst du an boden markierung der zielposition noch einer fisch noch einer noch einer schildbreak schon steht da alles sind in der sicherheit getroffen landgranate geworfen und guckt runter feinde landen im einsatzgebiet du bist sicher du hast die feindlichen verfolge abgehängt feindliche drohne über uns du hast es unter die besten 25 geschafft luftschlag ziel festgelegt sich schnell in die neue sicherheitszonen alles klar ist willst du denn jedes mal ich war unter dir aber da waren wir noch gar nicht marco wir waren ein häuschen wald ja ja genau ausgelöscht team ausgelöscht weg mit die viecher ist ehrlich immer auf den sack steht immer links also ja genau und links am bildschirmrand steht das dann immer da wo immer steht dass du einen daumen gemacht hast und so da steht dann halt auch immer von wegen team ausgelöscht sehr ruhig das gas breitet sich aus also oben am dach scheint auf jeden fall welche zu sein aber die werden gerade schon geclustert ist gerade unsicher ob da jetzt noch einer liegt oder nicht kann auch sein dass sie nach hinten durchgelaufen sind alle sind in der sicherheitszone kopfgeld ziel markiert ausschalten 672 werkpunkt markieren die bewährung da ist aber nicht er geht nach hinten weg komm jetzt verarsch ich doch nicht das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt reise der vorratsstation wurden angepasst verbündeter cluster schlag nähert sich wo sind jetzt wieder hin diese dreimal ein vor latz gekleidet dann sind sie wieder weg was willst du holen eine panzerkiste oder was ich hab gedacht zweiten loadout aber ja das wäre eigentlich nicer ich bin hier ganz nett schon am sammeln wie eine bürger irgendwie fehlen uns jetzt nicht mehr ich hab Geld runtergeworfen ans job was ist denn mit ihm da kommt er ans fenster was denkt er jetzt hat er da den stichter jetzt macht gegen mich oder was ich werde getroffen ich werde getroffen ich brauche platten alter das ist doch scheiße ich kann den platten geben Marco was ist denn da mit den leuten die genau nichts drauf ehrlich die sind doch schlecht sind die doch Hallo. Kann das hier jemand gebrauchen? Hallo, hübsche. Bist du dann aufgestylt? Gehst du noch Party machen, oder? Du warst duschen, bist geschmiert. Ja, also gehst du irgendwo hin. Wenn du jetzt nicht rausgehst, gehst du... Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Der snipe mich doch immer wieder reiten, siehst du denn ich? Junge, ich seh hier 5 Leute, was ist denn mit dir? Ich snipe die doch immer zu. Ist egal, dann... Ich guck einmal in den Rüstung, Alter, hab ich direkt zwei. Positiver Kontakt! Positiver Kontakt! Positiver Kontakt! Positiver Kontakt! Positiver Kontakt! Positiver Kontakt! judges Mann, Alter. Das kann nicht sein. Sendgranate geworfen. Es sind nur noch zehn. Du kannst es schaffen. Das Gas leitet sich aus. Sicherheitszone verliebt. Noch vier Ziele übrig. Gut gemacht. Nimm das. Zwei Leute. Verlierst deinen Boden. Wir sind unser Falschbischof. Nein, 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 nein. Sie hören auf mich. Nein. Nein. Ich muss die Mission abschließen. Weiner. Weiner. Wir haben nur noch dich. Erledige das. Stein, Stein. Wir haben gewonnen. Du hast dir genommen, was dir gehört. Und sie haben die Strasse. Standard. Standard haben wir uns das genommen, was uns gehört. Natürlich den Sieg. Mann! Dankeschön, Vivian. Starke Runde wieder gespielt. Danke, Vanessa. Danke, Vanessa. Danke, Lukas. Danke. 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 haben wir gemacht 12 14 kilt so ist okay 14 kilt kann man machen die zwei waren nur zum schluss aber ist ja egal reicht also es ist eine team leistung was ich meine scheiße drauf wann und wo das mit diesen snipen da ist halt wenn du keine snipers und da passiert nichts in dem gebäude dann schlösser der halt geld gesammelt und sachen gekauft haben sie shopping queen was habe ich jetzt hier drin ein bürger oder was oder gut noch was vererbt was hast du denn gegessen albert bürger bestimmt noch und ich habe kein nugget übergekriegt ausrüstung und waffen überprüfen flugzeuge aber auch mit schwierigkeiten natürlich ne das socken am anfang ich will wie der mcdonald's immer lieber hart schwitzen kalorien vertreten und danach hat sie sich gedacht es muss nicht 10 bürger sein ok sehr geil mark ist auf jeden fall dann ab nächster runde auch mit dabei das ist doch sehr schön hä wo ist ja meine kamera hin aber wenn ich gerade die kühlschranktür aufgemacht habe ey mann ne 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 die steht ja jetzt extra weiter oben damit man soo da gehen wir noch mal rein so nächste runde ja ok hab ich gehört ja wir können jetzt auf jeden fall später gehen salute ne naja alles gut haben wir Zeit wir sind ja da soo da wollen wir noch mal gucken was Sache ist hier ne ne ok vorratkiste gefunden position sichern angriffsfreigabe für alle ziel bei der langen einsatz gibt feindliche drohne über uns komm lass das mal sein die Lappen nicht hier irgendwelche die meinte hä was wie hä hab ich was verpasst jetzt gerade mit Säfte ein auftrag aktualisiert ein neues zielobjekt wurde identifiziert alter ich hab wieder einen ich hab immer gefunden ich sag doch mann was denn für glück vom dach ja vom dach engt ihr auf die kisse feindliche 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 gegner sehen die doch gar nicht die kisten im einsatzgebiet aber ich bin da hingewasen achso ja geile kann ich bis sein herz ehrlich äh grad äh hola reingeschüttet hola turm 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 auftrag aktualisiert ein neues zielobjekt wurde identifiziert der sieg ruht auf deinen schultern kompakt das macht auch keinen sinn wenn wir nicht zusammen sind feindliche drohne über uns wir machen so n auftrag und dann sind wir 8000 krise ich hab doch den typen hinter dir wo du gelandet bist weggeschossen und dann war ich hier in der halle und dann seid ihr da rüber gelaufen ich bin doch gar nicht gelandet du behältst deine ausrüstungsrefer eben am haus da hat doch einer auf dich geschossen beim start das meinte ich ja ja in die halle gegangen genau damit ich erstmal ne waffe hab ich hab da nichts zum schießen gehabt und jetzt können wir doch reingehen da in die olga da liegt doch noch die leiche die schmuddelige ey warum hab ich denn keine 2 waffe das gas nähert sich das gas nähert sich das ist die verarschen hast du deine loader geändert der zeigt mir aber doch ne waffe an ja hä das mein ich nämlich auch hast du vielleicht eine hand und die ist nur nicht zu sehen komm auf ey ich hab schon andere aufgehoben mit unsichtbares schwer aufzuhören gelandet der typ ja schönes ding alles sind in der sicherheitszone bei uns jetzt werde ich schon wieder angeballert ja check von da irgendwo kommt einer waker fisch wir haben ihn aufhören ueber alter 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 der guckt sich den kampf an und danach kommt er zu uns oder alter aus o das wird nur der das ist ist hier der die 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 im die 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 Hey, diese Flashgranate, das kommt viel zu spät immer alles. Das kommt immer alles einfach viel zu spät. Gerade die Links von hier oben auf dem Dach haben die Lowdown geholt, ne? Ich könnte das ja nur sagen. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Hinter dir kommt auch einer hoch gerade. Ja. Ja, nein, nein, nein. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Ich falle nach dem Fünftematen. Ich habe überlegt mich, weil ja nur 0,1 Prozent. Der Feinde hat keinen Fall, der da oben in der Nacht ist. Nee, woher alles irgendwo noch gehen. Ich fühle mich sehr, 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 sehr... Also, keine Ahnung das ist. Das ist mir war in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, sie haben nicht mehr.. Ich werde mich nicht zu Hause. Eine Ahnung. sauberer schuss auch erste hilfe das gas nähert sich der so eine beschissene position ach ich kann nicht wahr sein stark 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 feindliche drohne über uns ich bin bei uns aber wir haben ja ich kann mich mal gerade platten es kurz nicht an ich kann ein bisschen alles gut blendgranate geworfen das glas weitet sich aus das gibt es ja ich habe auch keine platten und nichts ich glaube ich komme nicht mehr wieder doch 27 sekunden kommt safe wieder schade wir haben gut angefangen ja klar kann leider manchmal auch nichts ändern jetzt guck ich erst mal was hier mit meinem lowlord falsch geläuft wenn du da nur eine waffe drin ist natürlich auch mies ich hab da nicht nur eine waffe drin da sind doch zwei drin es ist doch in ordnung ich glaube es euch doch aber dann muss doch und 50 ist sie die 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 roto schütteln erlöscht oder wie ich habe sie einfach nicht sie wird mir nicht an gezeig schick die hände na nisch macht die krieg rein weiß ja nicht welche du als erstes war gespielt oder was kann ein pie oder was ich wollte einfach nur mal wieder hier eine andere das ist allerdings die schien nicht weil so ist ja eigentlich morgen heißt oder schönen guten abend noch nicht nur ein Markt über die Sorge das geht dann ab geht es wie steht die Wissen siebener KD da kannst du mir mal eben ansagen was ich in den Krieg reinmachen soll und ja kann ich dir sofort sagen jetzt kommt ergänzt die Meinungen dafür wunderbar mehr Dämpfer hab ich sie wollen sie noch an da die Angriffe Angriffe der Angriffe er hat er hat eine junge Prozent an die Prozent der wir machen nicht machen Militär auch Militär noch 15 cmV Militär er sagt bei den denn aktuell abends dreifach Weltagenten griff Warte, warte, warte. Feldagentengriff. Und 60-Schuss-Magazin. Ihr bist ja ehrlich, 60 Schuss, ich nehme 45, reicht wohlkommen. Ja, geht auch. Was für'n Griff? Feldagentengriff. Bei Unterlauf. Unterlauf. Ja, sorry, ich hab ja natürlich bei Griff geguckt, wenn ein Feldagentengriff weiß. Ist ja klar. Ja, nee, das ist auf jeden Fall klar. Ja, nee, das ist ja nicht mal so unrechtlich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich suche'n Duschgel. Ja, dann gucken Sie mal bei Waschmittel. Ist ja klar. Jetzt, jetzt übertreibst du aber mit deinen Gedanken hier einmal. Ah, nee. Wer kennt die nicht? Der Ranger? Ah, frisch gekommen. Der hätte auch von dir sein können. Oder von mir, ich kann sowas auch richtig gut. Ja, wir sind halt alle nicht perfekt. Dabei ist ja auch nicht schlimm. Müssen wir auch nicht sein. Na, klar. Na, klar. Ist das jetzt hier ne Mücke oder was? Mücke, verfeift die hier, ey. Ja, scheiße, ich hab gut vergessen. Ist er mit den Fruchtfliegen besser geworden? Ja, jetzt sind Mücken da. Nee, nee. Übermorgen kommen Schaben. Erledigt. Die sind auf dem Weg von Ibiza. Nimm schon ein Flugzeug. Mücke ist tot. Aber vielleicht sollte ich... Ja. Hat die gespritzt? Ist er besser geworden mit den Fruchtfliegen? Ey, warte, ich zeig' euch das. Ich zeig' euch das. Beste, oder? Das ist voll bestimmt, ne? Das Ding ist wild. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Fruchtfliegen herkommt, weil ich gar nichts eigentlich hier hab, aber... Ja, das ist übel. Das Ding ist wild. Ich zeigte, das ist Tabak. Das ist der Tabak. Ja gut, das könnte sein, ja. Das könnte wirklich sein. Warte mal, wo hab ich das Ding hingestellt? Achso, hier, jo. Hier steht das Ding. Aber ich kann dich jetzt nicht so groß sehen. Hör mal, was ist das für ne Feder da auf seine Schulter? Ja, was ist das? Sieht man das? Warte mal, wo ist das denn da? Ja. Hier. Warte, warte. Das kleben einfach komplett voll, das Ding ist. Ich kann sie sehen, bis zu klein. Ah, da, ja. Dreh mal. So. Ja. Aber Tabak könnte wirklich sein. Ja, was anderes, du hast ja kein Obst oder so, da offen rumliegen. Nee, ich hab' gar nichts bei mir offen rumliegen. Warte mal, was ist denn da drinne? Ach, so ein Duftzeug. Essig. Ja, da ist so, ey, das riecht wie, wie, wie faule Traum, Alter. Aber da kannst du doch echt dann, kannst du dann Fruchtfliegen-Party? Toll, Vivian, du hast es gleich schon komplett voll. Supertoll. Komm mal, da könnt ihr doch mal ein Date ausmachen, du und der Fisch hier, und der macht dann eine Fruchtfliegen-Party, hm? Vivian, hm? Steht doch, oder? Fruchtfliegen-Party. Bin ich dabei. Die Fruchtfliegen-Party, Schatzi-Mause-Pupsi, hm? Ihr Prösterchen. Machen wir erstmal hier so eine Fruchtfliegen-Party, du. Fruchtfliegen-Party. 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 Ich mich auch. Vivian, sag Bescheid, wann du Zeit hast. Starten wir das. Starten wir. Freitag, Samstag, weiß ich zufällig. Ne, Freitag, Sonntag zufällig hat die Zeit, weiß ich. Ne, 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 Mücken-Party abgesagt, weil Mücke ist grad leider über meinen Finger gestolpert. Die Türsteher rausgeschmissen. Abfahrt, raus. So geht's denn jetzt hier los, oder was? Ja, klar, wir gehen rein. Auf wen warten wir denn eigentlich? Aufm, weiß ich nicht. Mein Gott. Hier, wer baut denn hier wieder so eine Krieg und so, weißt du? Braucht kein Mensch. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine Runde nochmal, äh, Rebotsen, dann gehen wir mal rein, da wäre Danske, oder? Ja, klar. Mausespeck, soll ich dir helfen? Schieben? Zeig mal. Weiß nicht, ob ich's schieben muss, oder ob ich's stecken muss. Zeig mal, der Mutti. Siehe doch einfach. Was baut sie denn da überhaupt? Lego. Sie hat sich ne Lampe gekauft. Aus Lego? Krass. Ne, von denen, die wir dir geschickt haben, die du dir auch holen sollst, wie die Ecke. Ach so. Au. Ja, hier ist aber auch Lichtverhältnis, ey, wie in der Höhle. Macht euch bereit! Wir starten gleich den Einsatz. Na gut, der, der, der große Vorteil bei euch ist, dass ihr einen tiefen Raum habt, ne, hinter euch. Dann würde das natürlich geil wirken, wenn ihr das hinten am Spiegel in die Ecke stellt. Absoluter Willen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Was ist denn mit deinem Gesicht? Aber das ist jetzt hier in der Führungsschiene drin. Au. Der Feind nähert sich. Das ist ja rum. Na, da gehen wir mal zweimal auf den Leergang, ne? Ja, aber mit deinem Visier! Na klar. Der Feind nähert sich. Ja, genau. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los! Die fragen dann auch, ja wie kann ich überhaupt das Programm aufrufen und ihr habt da schon acht Häuser programmiert. Wir haben nur noch mal rein. Wir haben auch noch mal rein. Wir haben nur die magische Leere und die extra. Winschen nichts sagen. Winschen nichts sagen. hat er da Bier aufgemacht? Geil Junge, der mag gönnt sich, aber der hat auch 5 Tage frei, der darf sich gönnen. Der Feind nähert sich. Ist ja klar, ich hab ein Bier aufgemacht und dann das jetzt nicht. Ach, du hast hier ein Bier aufgemacht, ach so. Oh! Feindliche Drohne über uns. Vorratskiste bereit für die Abholung. Dein Primärziel ist das, sie alle zu töten. Kann die das machen? Ja, ich hab vergessen, die da jetzt nicht. Keine Güte. Keine Schlaf. Ey, nur Scharfschützen, die wär halt noch mal zuhören. Auftrag aktualisiert, ein neues Zielobjekt wurde getroffen. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, deine Mama. Die ist so fett, wenn ihr den Weg runterläuft. Ach, immer wieder. Ach, komm. 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 Und wer denn da ansagt für Schwierigkeiten? Nein, ne, ne. Ja, aber generell. Ja, genau. Geht rausnehmen die Lappen. Noch einer ist nach Bünd. Wollt auf, da ist noch einer. Ja, gib doch. Na ja. Mach doch. Da bewegt die Quatsch. Da bewegt die Quatsch. Da kommt 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 die Quatsch. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Das Gas breitet sich aus. Im Einsatzgebiet sind noch 25 Akku. Das ist meiner Fisch. Treffen aus. Mach, Mann scheiß laut schon wieder, ey. Feindliche Krone über uns. Zwei Stück Fisch. Platziere Panzerabwehrmine. Wir landen im Einsatzgebiet. Ach, Mann. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Hä? Feindliche Drohne über uns. Werfe eine Granate. Sieht aus. Sicherheitszone verlegt. Feinde landen im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Mein, der Frankensteilsbrauch sieht mich so hart auf. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja. Oh, Momasetage. Unterm Dach die Etage. Zwei haben die Frankensteilsbrauch, sondern die Frankensteilsbrauch. Mark, links war die Braut irgendwo. Da wo du jetzt bist. Ich hab auch nirgendwo Munition oder so, ne? Wir sind da oben durch. Ey, die haben 18 Schuss in einer noch die aufgehoben. Ja, hatte ich doch auch mehr. Ich hatte Null. War noch besser. Nimm die Flech, geh hoch aufs Dach, Flech die und dann weg mit die Viecher. Hier ist keiner mehr auf dem Dach. Hier sind die einen Fücher. Ich hab mein Leibbis. Ich hab hier noch einen. Ja, weil du aber auch nicht guckst. Es ist ein Leibbis, was wir brauchen. Das ist nicht während meiner Schuss. Fingern in den... ...Moden. Ich frag mich auch, wo die die ganze Zeit das Geld her haben, ne? 800 Mal schießen die über den Haufen, aber die haben das Geld. Liegt woanders hin. Hier holen wir uns gleich. Das Gas kommt! Sie nehmen mich! Camper, du! Ja. Es kann nicht sein, dass der Auge voll Equip des Team schon wieder hängt. Das ist einfach so, wenn du den Staat verkackst, hast du dir einfach verkackt. Ehrlich, ey. Das ist so schwer, damit er zurückzukommen. Wenn das jetzt schon wieder Frankensteins Braut ist, dann fresschenbilden. Wer ist denn Frankensteins Braut? Da ist eine bei Dingen zwei Haufen gewesen, die so ein Hochzeitskleid anhat, man. Aber mit Blut. Die ist doch geistig verwirrt. Warum nimmt man den Skin? Mann, ist ne schlechte Scheidung hinter sich, oder was? Stimmt. Ich habe mich anvisiert. Eins. Ein Meter unter oder über uns, weiß ich nicht. Drei Stück sind über uns noch. Drei Stück. Oben. Granate ist raus! Feindliche Drohne über uns! Klünderungsauftrag! Bitte bestätigen! Das ist doch alles. Alles reise wieder normal! Die kamen auf dem Dach. Feindliche Drohne über uns! Ganz oben? Hm. Die haben auch Spuren lesen. Zwei Mann mindestens. ig. Aber der ist ja bei mir! Feindliche Manöver! Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab! Das Gas breitet sich aus! Feindkontakt im Freind! Ja, erste Etage sind die, da wo wir die ganze Zeit waren. Drei Mann, Fäck! es ist nicht normal es ist nicht normal du machst einen dauernd der andere dachte das ist he wollen wir durch den Tunnel verschieben also ich könnten wir machen da könnte aber noch dieses Brauteam sein ich bin getroffen getroffen du hast doch keine Chance überall sind welche um nur unternehmen vorratskiste identifiziert position wird markiert ich werde beschossen ja getroffen nein vorbeigerannt ziel aktualisiert achso ich bin schon weg dann raus wusste ich nicht ich gehe mal schnell die es machen wenn der Kreis noch so groß ist Achtung verbündet der Präzisionslusschlag im Anflug zugeschnitten alles aber der Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Brenngranate geworfen! Werfe eine Granate! Unter feindlichem Beschuss! Ich brauche Medizinschaft und Sorge! Neue Sicherheitszone! Geil! 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 Wir haben nur noch nicht, endlich gesagt! Hinter euch, hinter euch, hinter euch! Da war gar keine wenige Anführungen! Er war halt auch Endstreis, ne? Ich wollte dich eigentlich hochheben, aber weil ich gehört habe, dass er sich hoch holt, wollte ich erstmal auf den Typen schießen. Beziehungsweise, musste ich erstmal auf den Typen schießen. man hört dich nicht man hört dich nicht schade ausrüstung und waffen überprüfen flugzeuge werden einsatzbereit gemacht und leuchtet der feind springt über dem gebiet ab auf den ähmel 8 capri son nah da ist capri son der typ hat sich hier so ganz flüssig haben wir gerade gedacht der feind nähert sich Was ist denn hier? Ich bin getroffen! Getroffen! Der Feind nähert sich! Stehe unter Feindbeschuss! Der Feind nähert sich! Find it! So, jetzt geht's rein in die Olga! So, Gläcki! Komm, Martin, wenn du drauf fährst! Jetzt wird es ernst! Aber kann man halt nicht auch da... Sünderholzauftrag! Bitte bestätigen! Ausreden wir zum Blüten! Das Gas breitet sich aus! Zur Sicherheitszone gehen! Okay, Leute, legen wir uns ins Zeug! Vorratsliste bereit für die Abholung! Ziele aktualisiert! Mark wurde schon geschmackt! Ne, ne! Das ist dumm zu! Auftrag aktualisiert! Ein neues Zielobjekt für ihn! Feindliche Drohne über uns! Ach, hör doch auf, Alter! Ach, hör doch auf, Alter! Pass auf, wo du dich bist, Alter! Scharfschützengewehr! Ergreif jemanden zu! Scharfschützengewehr! Ergreif jemanden zu! Alle Vorratskisten gefunden! Kohle? Marco! Kopfgeldziel gesichtet! Schnappt es euch! Ich komme nicht, ich komme nicht, ich komme nicht, ich komme nicht. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Sein Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet! Gut gemacht! Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Ausrüstungslieferung auf! Hier ist Muni-Kiste! Verwendete Ausrüstungslieferung unterwegs! Ausrüstungslieferung unterwegs! Ausrüstung der Kette! Was? Bereich für Aufklärung vorbereiten Drohne erreicht einsatzgebiet erledigt Zeitkontakt im Freien Landgranate geworfen Achtung Drohnen Treibstoff wird knapp Zurück zur Basis zum Nachtanken Nimm das Nimm das Einer von denen hat auf jeden Fall ein Schild Ja markiert noch ein bisschen Junge hier unten bei mir drinnen Was soll ich da markieren? Möchtet ihr den noch rot anmalen oder was? Ja das wär ganz geil Hier oben sitzt er Setz einen Sammelpunkt Hinten am Ende kommt noch einer ran Da hinten Linke Seite Ja ich hab den gerade im Visier gehabt Alles gut Markiere Wegpunktkoordinaten Der macht den DAX Fett den Bock Wegpunkt markiert Ausrüstungslieferung ist unterwegs Wo ist der unten oder oben? Oben Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Da ist einer gelandet An der Ecke Markiere Wegpunktkoordinaten Ja da sind noch einer Zwei Leute hinten am Shop gelandet Ich stehe unter Feitenbeschluss Sie nehme ich ins Visier Irgendwo ist unten noch einer Einer liegt auf jeden Fall Einer ist bei dir oben am Dach Oh nein Einer ist bei euch Der hat noch die Zeit hoch zu gehen Der hat einfach die Zeit hoch zu gehen Einer noch oben bei euch auf dem Dach Einer ist bei euch auf dem Dach Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Ich bin getroffen! Getroffen! Ey, das kann doch nicht wahr! Von wo denn noch überall? Kann nicht sein, Alter! Kann man denn so schlecht kämpfen? Ich muss hier was reinstecken! Marc, geh nochmal zurück zum anderen Lowdown! Oh Gott! Ja, die warst du an dem schon dran am LKW? Wenn ja, bitte noch nicht drangehen! Marc, hinter dir! Stark! Ach! Ach! Ja! Ja! Mann, was für, Alter! Einer ist bei mir, kommt jetzt bei mir um die Ecke! Ey, Digga, das... Glaub's doch schon wieder nicht, ey! Ey, es sind so Hampelmänner, ne? So Hampelmänner am Start hier in diesem Game! Das eine Team da hinten will nicht sterben! Oh, da kommst du wieder ins Mann! 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 Geht gerade nach! Jetzt ist es vorbei! Marco, mach doch auch mal was, Alter! Du sitzt auch zu viel in den Ecken! Junge, ich hatte das Gewand, bis ich wiederkomme! Du Penis, Alter! Der ist in der kleinen Häusche noch! Links von dir! Immer noch! Oben links! Ohne Schild, ohne alles weiter! Wir haben einen Sandvisier! Wir haben einen Sandvisier! Er dir! Der passt! Eine Sekunde... Ich bin visiert! Nein, nein! Ach, wie kann man nur zu dem nicht sein? Es kann noch nicht sein. Herr Heimer. Wie geht es hier so? Na? Neue Position. Fliehen gleich nach oben. Positiver Kontakt. Feindliche Fliege. Feindliche Fliege. Feindliche Drohne über uns. Ne. Fliege eigentlich safe. Das Gas breitet sich aus. Hier, ich gebe dir Platten. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Panzerung lokalisiert. Oben auch noch einer drin auf dieser Zeit kriegen. Ah, ich könnte kotzen, man. Hier ist deine MP. Ey, ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Ihr scheiß Herzschlag-Sendor-Spieler, man. Ihr seid die letzten Opfer, ne? Ihr seid die letzten Opfer, man. Boah. Der Engel-Eck-Life-Ping. Panzerabwehrmine scharf. Die Leute, die Herzschlag spielen, ne? Ist Bombe. Ist Bombe. Die ganze Worte. Die ganze Worte. Richtige Amateure, ehrlich. Richtige Amateure, junges. Oh. Das sind irgendwelche Truppen. Die gehen zu grauisch. Das ist so ein richtiges Noob-Perk. Was macht noch nicht so was? So, ich hab kein Headset. Ich hör nichts. Ich kann nicht spielen. Ja, dann hol ich halt einen Herzschlag-Sensor raus. Und dann spiel ich auch noch diesen dunklen Skin. Ist das denn richtig angeschlossen? Komm. Alter, was ist denn jetzt los? Baloo, Charlie, ruhig, ruhig. Hundetanz. Ich dachte, da hast du jetzt mal größer gemacht. Spiel, stopp. Stopp, stopp, stopp. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ein spannendes Fahrer reinladen. Ach, ey, Marco, sollte ich den Herd morgen anschließen, oder war nur die Herddose kaputt? Wo ist man da raus jetzt? Ja, nächstes Mal war da raus. Hab ich jetzt den Zettel gerade... Achso, ich stand drauf. Ne, okay, dann ist alles gut. Ja. So, so, so. Dann gehen wir mal rein da. Werdanske. Ein bisschen gucken, was so abgeht. Oh? 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 Leute, aber Sieg muss heute noch kommen, ne? Sieg muss heute kommen. Werdanske. Geh mal rein. Machen wir einen schönen Sieg. Wie? 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 Was ist denn da los, Alter? Richtig schlechte Laune. Krass, ey. Ich geh aus dem Schiffel da raus. Oh. Diese scheiß Lampen hat mir nassgeschwitzt. Oh, was ist denn mit der Lampe? Das muss ja so viel, Alter Schwede. Oder was muss es da jetzt machen? Ich musste die komplett zusammenbauen, zusammenstecken. Die LED-Wand da reinkleben. Und jetzt wollte ich anmachen, die leuchtet auch, aber in allen möglichen Farben und lässt ihn die umstellen. Ist da eine Fernbedienung für oder was? Fernbedienung? Ja, auch und ne App, aber App kann ich gar nicht verbinden irgendwie und Fernbedienung funktioniert auch nicht wirklich. Ja, dann muss man gleich mal ne Beschreibung lesen, ne? Bestimmt wieder ohne Beschreibung gemacht, ne? Komm, sei ehrlich, Gemma Lied, ne? Ne, 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 ne. Komfort mit, weil ich kann's ohne Beschreibung wär das noch schlimmer gewesen sein. Wär das Flugfunk gemacht. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Hätt mir grad mehr was gebracht, da irgendwie reingesetzt. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Die waren nur noch, aus. K�isch sind das auch neig. K�isch sind das auch neig. Wir bringen, die sind aus. Wir bringen, die die Läge. Wir bringen, sie zu schnauern. Rampel, die sind nicht mehrmals in Deutschland. Ne, ich soll ja blau raus! Ich werde direkt beschossen! Aber es leuchtet so gelb-grün... keckig. Hahaha! Was ist denn gelb-grün-keckig? Ja! Genauso wie Dieter! Wer sich anhat, der sieht aber aus! Aha! Aufklärungsauftrag lokalisiert! Warum machen wir mal ne Lupe? Moin an die neuen Zuschauer, herzlich willkommen! Wollt mich, dass ihr da seid! Gas lehert sich deiner Position! Begib dich in die Sicherheitszone! Aufklärungsauftrag! Überrascht das mir! Hat einer in der Luft? Ja! Das ist doch ne Farbe! Ne, also ich hab mir überlegt dann doch zu sterben! Ne, ich wurde auch geschossen! Ja, ich hab' ja nicht geholfen! Ja, ich hab' ja nicht geholfen! Von welchem Nitz? Der Feind nähert sich! Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren! Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance wieder einge... ...rückt zur markierten Position vor und sichert den Bereich! ...ich bin ich! ...ich bin ich! Die nehme ich ins Visier! ...und das Einsatzgebiet zurück! Nein, der erste! Noch einer rein! Da bewegt sich was! Ignoriert das! Bewaffnete Einheit! Weckpunkte! Machiert! Bewegung! Du bist jetzt im Gulag! Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden! Du bist jetzt im Gulag! Die Wahl an diesen Idioten auslassen! Wenn du etwas zum Werfen findest, tu dir keinen Zwang an! Dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns! Da starte dein Kampf! Mach dich Kampfbereit! Du bist gleich durch! Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front! Verlierst du, ist dein Kampf vorbei! Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat! Du hast sie alle fertig gemacht! Bereit machen für erneuten Einsatz! Feindliches Team, verfolgt deine Position! Achtung! Dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs! Mach dich gut! Ja, na klar! Woher steht es eigentlich bei deinem Spiel? Weißt du einfach? Was für ein Spiel? Deutschland bestimmt. Das Gas kommt! Die sind schon offen. Der ist klar. Das ist okay. Jetzt ist es. Der hatte Balu heute schon. Der hatte Balu heute schon. Der hatte die Balu heute schon. Der hat schnell nach oben. Der ist nicht zu Hause. Ich sag ja nur. ich übernehme das steuer frage des abends möchtest du kommessalz auf deine kartoffel spalten ich übernehme das steuer ich ich komme mit händler bestätigt ich übernehme das steuer wegpunkt markiert bewerkung du bist sicher du hast den verfolger abgehängt wir haben das geld aus dem weg ich fahre ich sehe bargeld hoher schweiß drauf woche war komm ne wir sind ja ich weiß es ist 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 ausrüstung Entschuldigung, Abmarsch. Fahr, fahr, fahr. Die Auto ist langsamer jetzt? Also nächste Zone ist... Dann sind wir in der zweiten Zone. Pappsland-Auftrag-Vergieren. Was ist das denn? Ach komm, verpiss dich da. Hey, Marco, 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 Marco! Was los? Ich brauche mal einen Schwach. Ich brauche mich. Das ist mein Platz. Zieh durch, zieh durch. Oder warte, warte, warte. Bleib zu, bleib zu. Hier ist es weiter. Fahr. Ich fahre mit. Warte, warte. Erfe eine Granate. Was soll ich? Ich fahre. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheit noch ohne gefunden. Lass mal ein bisschen unten durchs Schussbett durchziehen. Nach hinten. Nehmt, nehmt, nehmt. Ich fahre mit. Die will ich gerne werfen. Ich habe nämlich kein Schild, gar nichts mehr. Werf die hier. Das ist mein Platz. Hinter uns. Ich danke dir. Ich fahre mit. Komm. Ich kann doch nicht. Wer wird gehört, wird. Danke. Wir haben uns besiegt, aber wir werden uns revanchieren. Mann, ey. Mann, ey. Panzerabwehr, Niemann, Klapp. Und dann ist der da. Der ist der Kotz. Der Kotz. Einwürdig noch machen und dann würde ich auch los machen oder was sein. Ja, machen wir es mal. Ehrlich, Alter. Jeden scheiß Krippe kannst du runterspielen. Dann fällst du am Flussbett runter. Auto fällt um. Also, Bruder. Schau ehrlich, ey. Und dann bleibt der Marco auch einfach oben am Flussbett stehen, ne. Gar kein Problem. Auch empfiehlt. Er bleibt einfach stehen. Marco, fahr nächstes Mal doch einfach rückwärts und komm in unsere Richtung. Ich wusste doch gar nicht, was ihr wolltet kommen. Ja, du weißt nie irgendwas. Ey, ey, Marco, ey, ey, Marco. Ja, aber mal guckt doch, oder nicht? Ja, immer, wenn ihr ein Auto habt, da geht er nicht um. Sag doch einfach mal ein Autos-Schrott, bleib mal stehen. Einfach mal deutsche Sprache. Ich wusste mal hin. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwerfen. Das war ein Autos-Schrott. Der Feind nähert sich. Ich weiß nicht. Genug aufgewärmt. Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet. Ausrüstung, Flöte. Alles klar. Wegpunktmarkierst und die Lepartung vorrücken. Das letzte Strache. Abbild einen Einstiegspunkt für dein Team, Soldat. Genau da, wer sind wir aufgeregt? Das letzte Strache, das letzte Strache, das letzte Strache. Die Lepartung zu gehen. Flönderungsauftrag. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Bestellよろしく. Flönderungsauftrag. Ja, das ist gut, bei mir kommen 1,10,2,3 mit. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Nächstes Ziel entdeckt. Achtung! Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Nächstes Ziel entdeckt. Markiere Handfeuerwaffe. Ja, die sind mich auf jeden Fall schon gut am Jagen. Scharfschützengewehr. Greif jemand zu. Ach man, wie schnell bin ich denn tot, Alter? Ah, der kommt jetzt hier. Sie ist kurz nackt. Sie ist kurz nackt. Ziele abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Kann man Lohrloth holen? Wir haben gar keinen Job hier, Ohren. Lassen. Wir lassen. Feindliche Drohne über uns. Die Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Gibt mir Geld, dann hol ich Lohrloth eben. Oh, da tut das ja. Verstanden. Wir können doch da hinlaufen. Es ist Gas, kommt! Wo ist denn der zum Glück nicht? Wiederholt nicht, dann haben wir auch. Ich übernehme das Steuer. Nein, nein, nein. Was ist passiert? Liegt er am Shop? Ja, ich wurde abgeschossen. Aus dem Zelt raus. Dein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Wer uns abgeschossen? Mann, das gibt es nicht. Liegt ihr unter der Strecke? Jetzt können die uns an Lohrloth auch noch nehmen. Ehrenlosen Bastarde, ey. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Ich sehe ihn leider nicht. Doch, der ist voll hier. Dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Nur gar nicht geil, als du mit mir sprichst. Ja, sorry. Ja, ich habe, wie gesagt, ist eh ein Drecks, Gulag hier. Und los geht's. Du kannst es diesen Mistkerlen jederzeit zeigen, während du wartest. Ja, Mann, wieso? Wenn einige sehen oder folie in die Visage mit einem geworfenen Stein. Ich stehe unter den Schuss. Ladung in Stahl. Der Kampf hat begonnen. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Alter, was ist denn jetzt? Hier geht es jetzt nicht noch mal weiter. Oder was, ey? Zehn Jahre später und hier starben keiner. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Warum hab ich denn immer diese Kraft? Dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Der Sieg wurde auf deinen Schultern. Mann, die schimmeln nur hinten in ihren Ecken, ne? Das ist so ein Gammel-Gulasch. Ey, kannst du wegschmeißen, wie scheiße, wirklich, ey? Sie haben uns gesägt, aber wir werden uns immer schieren. Aktuell kannst du ja wirklich besser nur Rebirth-Socken, ey. Da hast du wenigstens von meinen Socken. Ich muss unbedingt wieder Sonnbeer-Dunce-Sieg mal hier reinkommen. Der muss richtig reinschallern, heute Sonnbeer-Dunce-Sieg, ey. Moin an die neuen Zuschauer, herzlich willkommen. So, Kimi, kannst beitreten? Ja, wir gehen hier raus. Was ist das für ein Bild, Cudi? Ich habe meine Mama gemacht. Ach so, ja, okay. Ich habe mir die aber gerade erst geschickt. Ne, mir gerade so, hä? Das ist ja schon drei Wochen her. Ist alle da? Wir können rein. Abfahrt, rein in die Olga. Wer hat eigentlich diese Gruppenfotos gemacht, mit meinem Geburtsdach. Also, welches Handy? Kimi? Ja, ja, ich glaube, Kimi, ja. Wurde noch nichts geschickt von, ne? Oh, nächste Runde Englisch, Vivian. Na klar, gehen wir doch rein. Nächste Runde Englisch. Natürlich. Ja, wobei, wir spielen ja auf der Dance da ja eigentlich nur fünf Minuten, aber komm, wir machen eine ganze Runde. Ganze Runde jetzt Englisch. Damit es lustig wird. Wofür danke? Achso, meinst du jetzt für die ganze Runde, oder was? Ja, kein Problem, machen wir schon. Thank you. Dann kann ich ja jetzt auch endlich mal hier live gehen, ne? Auch wenn das ohne Lampe heute ist, aber naja, gut. Hä, mach doch die Lampe einfach an, ist doch scheißegal. Ne, das ist kreckig. Ja, aber Kimi, dann mach doch kurz Dings. Dann guck doch nochmal eben in der App oder sowas. Vielleicht muss man das auch Wi-Fi verbinden oder sowas. Ich weiß es nicht. Wi-Fi. Ja, klar. Ich geh jetzt live, mehr sind doch scheißegal. Okay, Leute, die Kimberly geht live, sie geht rein. Was geht ab? Was geht ab? Mann, Mann, Mann. Ja, ich denke nicht, dass es an der Lampe scheitert. Ich denke, es ist nur ein Knopf oder vielleicht mal eine Färbelin, wo man drücken oder so, dann geht das. Deswegen finde ich auch, dass da fehlt jetzt der Ehrgeiz so, dass du dann fertigstellst. Erledigt. So, we started. Ich sehe ein Plünderungsauftrag. Und dann check out with the loader. Wähle einen Anstiegspunkt für dein Team, Soldat. Gas nähert sich deiner Position. Bewegt deinen Hintern. Oh. Wie heißt das, wenn man so Parkinson, ne? Züttige Hände. Was ist das? Was ist Parkinson? Was ist das? Shaking Hands. Ist das das? Shaking Hands? Ich weiß, dass du nicht von dem Spiel bist, Vivian. Ich habe gar nichts hingestellt. Es ist, äh... Oh, Sweaty Hands. Sweaty Hands. Achtung! Feindliches Team verfolgt deine Position. Ich gehe anstrengend. Ich gehe anstrengend. Ich gehe anstrengend. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminiert. Komm on, komm on! Komm on! Der sitzt gehört mir. Junge! Klauschwein des Tages! No, no! No, no! I'm not a Klauschwein! I'm not a Klauschwein! Du hast ja wohl eindulich gesehen, dass ich den gepinnt hab! No, no! No, no! I have the snow scene. No, no! 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 You can jump off! And then you started the object. Aber es ist alles so wie vorher auch. Wir werden gleich jetzt auch schon wieder geschlossen haben. Vorratskiste markieren! Paket sichern! Ich hab doch nicht um mich selbst hier. Ich habe das Ziel entdeckt. Ja, Vivien... Wer war's denn dann? We have some money? verbündete ausrüstungslieferung und nächstes ziel entdeckt ich habe nichts vorbeiget Marc holst du noch eine Drohne? Na genau. Willst du mal anschmeißen in den Hohel? Ja, ich. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Aber Schatz, die Zone kommt. Du kannst es nicht umstecken. Das Gas kommt. Alle Vorratskisten gefunden. Gute Arbeit. Ich habe hier nichts umgesteckt. Na, da habe ich umgesteckt. Ich weiß es nicht, was da jetzt los ist. In this position? Ziel markiert. Ziel aktualisiert. Diese Position sichern. Ja, Fischi. Du schreibst ja rein. Ja, Fischi. Du schreibst ja rein. Ja... Ja! Ah! Chut! Och. Fuckin' shit! Ja! Ach! Schmutz! Hör zu, Soldat! Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist es auf. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Hier wurde der Arsch verletzt, schicken dich zurück zur Basis. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. In der Backside ist der Helikopter. Du, Helikopters. Machen wir mal neu. You can support it, Kali. Kali ist alone. Markiere Wegpunkt. Versorgungsstation in Sichtweite. Ich hab jetzt noch mal neu angemacht. Mal an, ob das jetzt funktioniert. Ich bin nicht hoch. Du bist kinder. Thanks. You can pay a loadout. Come on. Go. Go to the shop. Ich übernehme das Steuer. Was ist das? You can pay a loadout. And then we go back. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Oh, krass. Ach, wie will ich jetzt? Warte mal eben. Ziel markiert. Die Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ich bin auch so dämlich, ne? Jetzt müsst ihr gehen. Wow, ja. Ich werde fahren. Ich fahre. Ich komme mit. Ich komme mit. Er lässt mich mit. Geht der, Vivian? Ja, ne? Oh, ja, cool. Wow. Verbündliche Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Das ist nicht, Deiner. I cannot see this use. Feindliche Drohne über uns. Dein Teammitglied hat den Gulag betrefft. Dein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Run! Mann! Marc, ich versuch dich hinten abzuholen. Shit! Ey. Guys, run! Komm, Marc. Wir müssen zur Sicherheitszone. Ich komme mit. No problem, Amiibo. Okay, Mann, stopp. Wir können einen wiederholen. Komm, Junge. Sorgungsstation in Sichtweite. Nein. Näh. Nee. Ich versuch dich. Gib mal Geld, Marc. nein ich bin auch so dämlich nein ich bin echt auch zum kacken zu blöd die häuser sind auf jeden fall leer ausbruch baldig zum nächsten gebiet bereich sichern ja ich weiß ja ich weiß abbrechen wir haben das ziel verloren schade da steht auch nicht groß sag mal was wollt ihr denn heute alles von hier danke mit wem denn auch nein ich helfe nur an dir die nur schwarz und weiß mit dem motiv die wir das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt die 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 auch noch ich weiß nicht werde ich noch machen wir gehen we have some money the shop is here that's a little extra das gas breitet sich aus position one guy pay in Feindliche Drohne über uns! Kannen wollen so sein! Platzierende Panzerabwehrmiel! Wie kommt der mich? Kommt bei mir hoch! Ein Mann mit einem Schild? Wie komm ich hier auf an diesem Gebäude? Wo bist du? Ach dann! Die Schildkirche! Wärme! 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 Wなら! ein Mann und es ist erst Backseite Mark, Backseite auf dem Bild Okay, einen auf der Backseite Nein! Warum sagt mir das denn keiner? Mann, da hol ich die da raus, echt Was ist der Prezi oder Cluster oder was auch immer? Nein! Ei, ei, ei Na Doch, machen wir halt sicher los So, dafür muss Cardi sich erst den, äh, den Haar zu tragen Ja, das war dumm Ja, das war dumm Diese Runde geht an den Fall, aber wir brauchen wieder um es zu Ende zu bringen Ja, das war dumm Dumm, dumm Scheiße, werde hier beschossen Scheiße, werde hier beschossen Scheiße, wir haben dich im WC ab Und da hab ich in einem Hör vor Fisch Oh, ich weiß Fisch Und da hier wird das Püsche Boah Hahahaha Oh, sich wlan schlauch das war jetzt mit meinem bh hat gefragt ob wir jetzt irgendwann dann zusammen machen habe ich gesagt aber erst man müsste ja angewöhnen bh anzuziehen ganz gut das hier nicht ich muss pb doch mach ich gleich auch machst du doch noch mal kohlen bild und ton ist doch versetzt ausrüstung und waffen überprüfen flugzeuge werden einsatzbereit gemacht aber kann die was sollte man jetzt gerade gesagt haben oben wo du am dach warst das hatte ich jetzt nicht ganz mitbekommen also da wollte ich dich jetzt auch nicht stören habe ich doch gesagt dass hier prezi oder cluster oder so ein scheiß kam der feind nähert sich also ja ich habe es leider nicht mitbekommen und äh der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten das aufwärmen ist erledigt legen wir endlich los so nächste runde neues glück oder wie war das ist schon mal schön dass war mark seine stimme wieder mit ich sehe einen lünderungsauftrag ich habe mich auch letztens unterhalten was du da stehe ich bin ich bin ist auch immer wichtig ich sehe einen einstiegsbot für dein team so stark ja das war ich auf jeden fall ehrenmann ehrenmann aber blöd wenn man dann vergisst dann wieder einzuschauen das ist dann genauso aber das hat keine beträgt ich bin nie ich bin ich bin hier hat heute leichte probleme mit ihrem stream deswegen ist sie darum bisschen abgelenkt gerade auch gut zu sehen in der runde davor dreimal falsch geflogen aber das ist das problem mit einem stream Meistens hilft dann eigentlich, wenn man es einmal refresht. Ja, bin ja gerade dabei, aber dann hat er die Aufgabe. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Jetzt komm ich nicht mehr rein. Vorratskiste identifiziert, Position wird markiert. Es ist aber auch heute ein Stubbler hier. Sturgel! Panzerglas. Nächstes Ziel entdeckt! So, wir gehen jetzt aber. Wie schnell er macht. Malz. Wollen wir mal wetten? Ja. Clever. Auf dem Weg! Ich fahre! Nein! Ha! Ich schubst die Kursche. Ziele aktualisiert! Weiter zum nächsten Standort! Wollen wir mal überklauen, das klaust du jetzt. Ja! Haha! Hä? Jetzt hab ich da oben meine Waffe liegen. Ach, was ist das? Ja, mein Gott! Alle Vorratskisten gefunden! Gute Arbeit! Wir haben das Geld. Kopfgeld! Ziel gesichtet! Schnappt es euch! Wo ist der Kopf? Vorratskistion gehofftet! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ja! Claymore platziert! Ich hab hier ein Fahrzeug! Ja, ich hole mal den Helikopter. Das ist eine ziemlich weite Strecke. Ist das jetzt immer noch versetzt? Nur eben eine Drohne. Ich hole auch noch einen. Ich gehe an die Steuer. Kaddi da, weil Kaddi höre ich auch nicht mehr. Ja. Und da? Ich kann da nicht. Ich fahre mit. Klasse, wie wir. Klasse. Das können wir alle noch. Sonst kann ich auch noch mal sehen. Ja. Ja. Ich fliege. Oh no. Ich fahre mit. Das ist mein Schlaf. Ich fahre mit. Ich fahre mit. Ich fahre mit. Ey guck mal, da landet einer. Die Zeit ist um. Auftrag abbrechen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Wer für Granaten. Wer für Granaten. Rück sofort zu deinem Weg kommt. Warte, ist das langsamer als schlechter ein? Ja ja, die sind langsamer geworden. Das Gefühl habe ich auch. Ich fahre mit. 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 Dein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt. Und kämpft um eine Sorge. Ich fahre mit ins Visier. Feindliche Drohne über uns. Marc. Wo bist du, Marc? Oh nein. Ich muss die Mission abschließen. Marc, du hast wieder Headset nicht an oder sowas. Marc, ich lieg unten. Ich fahre mit. Ich komm. Mann, es kann doch nicht wahr sein, Alter. Alter. Ich weiß auch nicht, warum man immer direkt runter geht. Wir haben doch zwei Gegner da, Alter. Lass doch einfach oben am Dach bleiben. Haben wir doch High Ground. Die kommen doch voll schlechter hoch. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe um erneut eingesetzt zu werden. Dein Teammitglied wurde gebrochen und ist nicht mehr bei uns. Da startet ein Kumpel. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Wir gehen gleich wieder Rebirth. Psst. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Wir haben sie alle fertig gemacht. Bereit machen für erneuten Einsatz. Gehen zu mir. Ja, nicht zu mir. Warum sind denn das rum? Das Gas bereitet dich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Der Mensch heißt Schnee bei der Tür. Übernehme meistgesucht. Festpunkt am Fahrzeug markiert. Dein Teammitglied ist der Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Wir enden die Mission. Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Wir enden die Mission. Ja, das macht auch Eindruck. Feindliche Drohne über uns! 1 a feindliche drone über uns bei diesem fahrzeug sammeln 1 was niemals alter er hat spezial munition drin er hat spezial munition schau verwundert also zumindest eine minute zu dritt gerade drinnen ich kann nicht beitreten ich habe einladung geschickt und sofort wieder macht auch eben ohne an doch man ich gehe im kopf bauen die stellung ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr solltet euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Munition, falls jemand welche braucht. Dann gehen wir nochmal raus. Gibt es eigentlich ein OTS-Setup? Habe ich das hier irgendwo schon mal? Ich hätte eins. Hast du eins? Ich habe aber noch nicht Max-Level. Ah, nee. Ich hoffe, da habe ich noch nichts rein. Okay. 50, ich habe Schatz. GRU habe ich drauf. Ja, dann, was haben wir noch? Jetzt habt ihr jetzt mal die Lampe. Wie das aussieht, wenn die nicht blaue Lampe. Eckig. Fimber Laser. Mikroflex-LED. Was für ein Laser? GRU 5mm Laser. Ja. Jetzt wollen wir, ich muss ja erstmal die anderen Sachen hier rausmachen. Aber, warte mal. Warte mal. Ne, mach mal anders. Mach mal anders. Mach mal ganz anders. Was machen wir jetzt anders? Was machen wir noch anders? Wir nehmen den 8.1 Sonderkommun. Was machen wir noch? Weil, wo jetzt? Was jetzt war ich? Ich muss jetzt eben. Was? Wo jetzt? Ein Lauf. Hm? Habe ich? VDV 40 Schuss-Marizin? Hm? Schreibschal in brief. Und den KDB-Skeleton. Ja, den habe ich natürlich noch nicht. Egal. Hast du den Vorletzten schon? Ja, den Spitzers, ja ja. Und den D? Ja, hab ich jetzt auch drauf. Ja, anderthalb Level noch. Also ich bin wirklich mal gespannt. Was da auf und zu kommt in der Beta. Also auch vor allem was für Spielmodis und so. Ich glaub das könnte ne wilde Nummer werden. Wenn wir auf jeden Fall auch streamen. Dann gucken wir uns das alle mal gemeinsam an. Das wird auf jeden Fall ne lustige Nummer. Ich bin auch mal gespannt was man so für Waffen auswählen kann. Weil ich aber ehrlicherweise auch nicht so der Freund bin von diesen zweiten Weltkriegs Waffen und diesen ganzen Prozedere. Aber wenn sie ne geile Story machen ist das schon mal viel wert. Und äh. Oh Mann ey. Ähm. Ja. Den Rest müssen wir dann mal gucken. Ich hoffe das ein Zombie Modus kommt. Zombies ist auch immer geil. Ja. Geil wär auch. Boah ey. Ich hätt mal richtig Bock. Ein Zombie Modus mit der MW Engine. Das hat mir auch immer so ein bisschen gefehlt. Aber jetzt. Es war ja immer nur bei Black Ops äh. Der Zombie Modus drin. Und das war ja. Sorry. Aber Black Ops hab ich noch nie so gefühlt. Also es gibt sehr viele Leute die Black Ops natürlich auch fühlen. Und die Games feiern. Aber Black Ops war halt nie mein Game ne. Ich hab's nie gefühlt. Nie gefeiert. Es war mir einfach immer. Ach diese Comic Grafik und dieses. Ah ne. Nee. Also der macht doch richtig Comic oder gar nicht. So weißt du. Aber das war immer so ein. Wischiwaschi da. Ey das sah aus wie gewollt und nicht gekonnt. Du konntest ja jetzt nur äh. Diesen einen Modus da spielen mit diesem. Wo. Wo. Vier Teams waren irgendwie ne. Oder was. Oder zwölf Kills oder was war das ne. Ähm. Ne. Immer. Acht Teams. Und dann mit immer zwei Mann. Ähnlich wie. Feuertrop. Ja ok. Aber der Modus ist wohl jetzt auch wieder bei. Mal gucken. Ja. Kann man ja mal eine Runde reingehen. Aber ich bin natürlich mehr so gespannt. Für die ganzen Team. Dinger und sowas. Und für die ganzen Objekte. Moves. Da hab ich halt mega Bock drauf. Bin ich auch mal gespannt was da so kommt. Der MG ist so mega stark ja. Was ich jetzt so gesehen konnte. Der MG ist so stark. Ja. Aber ich bin nicht so ein MG Spieler ne. Also wenn ich spiele so. Da bin ich halt auch irgendwie. Ja. Feuerratisch. Geile MP. Oder ein schönes Sturmgewehr. Aber wenn die jetzt schon wieder anfangen. Dann mit irgendwelchen MGs. Du hast 500 Schuss dabei. Und kannst dann da keine Ahnung. Der MG ist aber auch stark. Auch New Life. Ne. Extreme Durchschlagskraft und sowas. Ja. Aber ich bin da halt auch kein. Ich weiß nicht. Ich spiele MGs. Ehrlich ungern. Also ich bin wirklich so. Sturmgewehr. MP. Sniper. Das sind so meine. Und wenn es ne gute Sniper gibt. Und eine hatten sie ja gestern auch vorgestellt. Ja. Aber Umgebung ist verstörbar. Ist auch schon wieder cool. Also. Ja. Das ist auf jeden Fall nice. Da bin ich mal gespannt. Wie viel man da zerstören kann. Ähm. Also ob es jetzt nur Fenster sind. Oder ob du auch wirklich da mal. Ne. Türen geht auch in so ne Schichten. Und und und. Ja. Aber. Aber ich finde halt auch ganz ehrlich. So weißt du. Call of Duty will kein. 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 Ein Just for fun Shooter sein. Die wollen so ein Realitäts Shooter sein. Aber Bruder. Die machen nur Fenster und Türen. Bruder. Das macht doch so wie bei Battlefield. Dass da alles einfällt. Dass da Bruder. Ey das muss einfach sein. Scheiß egal. Alter. Wir haben Playstation 5. Und wir haben immer noch keine dynamischen Maps. Also ich glaube ich werde in meinem Leben auch keine dynamischen Maps mehr erleben. Und machen wir uns nichts vor. Das haben die damals schon. Vor keine Ahnung. Vor 5 CODs haben die schon dynamische Maps angekündigt. Und dann war da ein Wasserfall der so durchs. Durch die Map lief oder so. Ach komm hör auf. Ehrlich Alter. Was ist denn hier für ein Deep Talk ey. Deswegen also. Ja können wir reingehen heute. Starten. Starten. Moment 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 Momentシ Ist immer ein bisschen problematisch wenn der Stream läuft und dann im 10 Minuten an nichts kommt. Ja sorry. Ne alles gut Wir haben ja jetzt ein gutes Thema gefunden. Also wie gesagt, das würde mich noch kicken. Wenn mal so ein Call of Duty rauskommen würde oder auch andere Games, ist mir ja scheißegal. Wo es einfach dynamisch ist, wo jedes Haus einfach weggesprengt werden kann. Kann doch nicht so schwer sein. Also du schmeißt eine Granate in ein Gebäude, bam, Wand weg, Alter. Hallo? Oh. Wenn du einfach mal so ganze Dinger da wegplättest, ist doch scheißegal. Aber das wäre halt auch wild, wenn sich so die Map die ganze Zeit verändert und du halt auch einfach die ganze Zeit auch auf eine neue Map reagieren musst. Auch als Spieler, weil... Also machen wir uns nichts vor, im Krieg bleibt ja auch nichts stehen. Dann fehlen ja auch mal Wände oder keine Ahnung, was fehlt. Da schießen Panzer quer durch die Straße, alles fliegt weg. Und das ist für mich Realismus. Und wenn Call of Duty in diese Richtung gehen will, dann sollen sie das aber auch richtig realistisch machen. Und nicht so ein Wischiwaschi da, wir können drei Fenster kaputt schießen und eine Tür sprengen. Ja, wow, was bringt mir dann? Also wir sind alle da, wir können reingehen. Ich muss kurz sagen, dass meine Lampe jetzt mittlerweile lila leuchtet. Geil, richtig geil. Lila ist immer nice. Also lila kommt in dem Stream immer richtig gut. Blau und Violett, das ist die meistgesehene Farbe, blau und Violett. Weil die beiden Farben halt auch sehr... Wie müsste das denn an sich gut? Was? Ich bin noch nicht zu 100% zufrieden. Warte mal, ich guck mal bei Kimi im Stream. Ich habe keinen Sinn, äh, wir nochmal neu zu bestellen. Das meine ich... Ich finde, der Fisch sollte sich das vielleicht einfach mal angucken, weil ich meine... Ja, aber die Lampe steht zu nah, zu nah, oder die ist auch zu hell für die Ecke. Ja, ich kann... Das Problem ist, ich kann da nichts dran ändern, weil weder die App geht, noch die Fernbedienung. Aber sind das zwei Lampen? Oder... Ach nee, das ist ja Spiegel. Nee, das ist ja der Spiegel. Ich stelle das mal in die andere Ecke. Ohne Spiegelung. Unter der großen Lampe, meinst du? Ja, also du hast ja rechts eine Ecke und links eine Ecke an dem Kamin. Ich würde es mal links an die Ecke stellen. Ich weiß, dann steht die natürlich noch ein bisschen weiter hinter dir, aber ich glaube, dass es da in der dunkleren Ecke mehr Sinn machen würde, weil der Spiegel halt auch richtig reinkickt. Sonst sieht das schon richtig nice aus. Ich finde... Aber es ist halt einfach zu hell. Man müsste es irgendwie dimmen können. Gut, das funktioniert natürlich jetzt gerade in deinem Fall nicht, aber... Ja, ist so schon geiler. Und wenn man es jetzt noch dimmen könnte, dann wäre... Dann wäre richtig weltsklappig. Ja, wie gesagt, im Normalfall könnte man auch aus, aber wenn jeder die Ecke noch zu fern mit ihm umgehen, ist schwierig. Der Feind nähert sich. Gut, das war genug vorgeplänkel. Das ist wirklich schade. Ich würde noch mal bestellen. Ich würde noch mal bestellen. Vielleicht kann der Fischer auch noch machen. Ich würde morgen mal rumkommen, dann können wir uns das gemeinsam mal angucken. Klar, gerne. Ja. Vielleicht habe ich da auch höher gewartet, aber ich meine, da ist ja irgendwie viel, das hat... Hey, eigentlich ist es ja nur zusammenstecken, draufkleben, fertig. Wähle einen Einstiegsbomb für dein Team, Soldaten. Da können wir hingehen. Behalten sich aus, zur Sicherheitszone gehen. Letzter ist damit los. Der Feind spricht über den Gebieten. Bleiben primär Ziele. Ich muss das schicken. Kontakt. Hier oben ist von der Einer. Hast du ein Problem? In Kontakt. Feindliche Aufklärungsdrohne aktiv. Feindliches Ziel. Shieldbreak. Wo denn? Zuhörfrisse. Wow. Ja, cool. Benutze Tränengas. Wir hätten das Geld für den Lowlord. Können wir hierher gehen? Können wir da, wenn jemand was braucht. Der Feind springt über dem Gefrienen ab. Auf den Himmel achten. Ich muss da alleine hinanden, ja. Niemals, Alter. Hier ist der Löwe. Brennen wir den zurück in den Kampff. Ich bin dran weg. Feindliches Ziel direkt voraus. Was kann ich doch jetzt nicht sein hier, ey. Wenn da war, wenn da. Geht mal Geld. Geht mal Geld. Siehe unterballen, bitte. Gib mal Geld. Kimmi, Geld. Geld? Ach, Geld. Ach nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. feinde landen im einsatzgebiet feindliches ziel sie halten mich an wie es hier das kann doch jetzt nicht sein über dir ist noch einer herrschaftszeiten ach digga ey da campen die schon wieder in dem haus lauter braucht er nicht im haus im großen ach komm herrlich ey und wieder so lappen mit dem herzschlag und alles ihr seid die letzten amateure komm löscht euch alle löscht euch alle schwarz das geht ja oben alles aber das hat der tief eingesammelt der uns weg gemacht hat also leute die mit herzschlag spielen mit dem bruder absoluter müll ne absoluter müll die 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 ganze m hat die 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 zwei sind noch da unten wir sind ins gebäude gegangen das gibt es doch nicht von wo achtung feindliches team verfolgt eine position feinde landen im einsatzgebiet das kann nicht sein man aber trotzdem stark gemacht stark gemacht eigentlich wie schlecht die anderen spieler sind die laden nämlich auch gar nicht nach und so ne die sitzen einfach mit zwei kugeln und dann also eigentlich sind das komplette dullis machen wir uns nix vor das sieht nicht gut aus immer hier hinter ich hole dich das kann doch nicht wahr dein mann warum ich weiß auch nicht warum du oben am dach liegen bleibst weil ich schon zu low war wenn ich runter kann dann probier doch nächstes mal wenigstens irgendwo hinzugeben wo du in der ecke liegst aber wobei ich habe gesehen der ist ganz hoch der hat dich also von woanders weggemacht alles gut scheiß drauf ehrlich ehrlich aber kann die starke bison schweize ich habe nicht gegeben das war ein kampf da draußen zurück zur base für die einsatzbezweckung Bei dem Weg den Kaddi gegangen ist es auch jemand anders gegangen. Und der war ja noch länger in der Zone. Ach man ey, das ist aber auch immer das... Die hängen nur in den Gebäuden. Herzschlag, null Bewegung. Oder tschau, ehrlich ey. Da wirst du auch, da kannst du... Da wirst du auch niemals erreichen. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Der Feind nähert sich. Feinde landen im Einsatzgebiet. Sie haben mich effizient. Ziel beseitigt. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Auf die Höhe der Feind nähert sich. Los mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Der Feind nähert sich. Heute kann ich es sehen. Battle Royale! Rücke vor zu der Beziehung! Morgere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du führst Gas nähert sich deiner Position. Bewege deinen Hintern! Ein Team kommt glaube ich mit. Mario Wetten. Der Feind nähert sich. Marsch! Ey! Die können immer schlagen und schlagen. Erwischt! Was? Hä? Der kam aus der Luft. Wie kann der eine Gasmaske gehabt haben? Ja, bestimmt mit dem Heli oder? Ja, die auch ab da! Einer oben auf dem Dach! Was ist die? Was ist die? Oh, hä? Was das für mich? Ich hab den Daumen aufgelassen. Scheiße, Mann! Du, mein Weg. Aufklärungsüberflug unterwegs Kopfgeld zielt gesichtet schnappt es euch Achtung Drohnen Treibstoff wird knapp zurück zur Basis zum Nachtanken Wir haben das Geld Ausrüstung Lieferung ist unterwegs Das Gas nähert sich dir Ach so Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt Ich bin getroffen, getroffen Ausrüstungslieferung ist unterwegs Ich bin getroffen Ich bin getroffen Noch 25 übrig, gute Arbeit mit dir Das Gas nähert sich dir Feindliche Drohne über uns Ich bin getroffen 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 Missionsluftschlag im Anflug Geil Hast du die beide weg gemacht? Ja. Schön. Also... Na, weg nicht, aber K.O. Ja, so gut, dann finish die. Kannst du, oder? Keine Ahnung. Da bewegt sich was! Handliche Drohne über uns! Gehen wir anlaufen! Der Fuß verschaufelt zu Ende! Alle drei sind wieder normal! Feindlicher Clusterschlag im Anflug! In Deckung! Munition! K.O. Das Gas kommt! Da ist noch einer im Haus, glaube ich. Feindlicher Clusterschlag im Anflug! Entdeckung! Nein. Wir müssen zur Sicherheitszone! Und wie viele Cluster haben die denn, oder? Und wie viele Cluster haben die denn, oder? Ja. Einer ist bei euch auf dem gelben Dach! Ist K.O., ist K.O., ist K.O., da kommt noch einer bei euch! Das Gas zeigt sich aus! Sicherheitszone verlegt! Ist jetzt da? Ist jetzt da reingegangen? Ist jetzt da reingegangen? Oh, da ist noch auf dem gelben! Oh, da ist noch auf dem gelben! Der Schildbrake! 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 Da ist auch noch irgendwo einer gelandet! Schildbrake! 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 ausgerastet kein politische Munition gekennzeichnet am Seil, an der Seilbahn sind Sie damit dabei? ja, fort das kann doch nicht wahr sein, Mann ey, die campen sich da rein mit acht Dingern da, ey hier noch eine S-Mine, da noch eine S-Mine über dir, Schatz, da steht jetzt eine Treppe du kommst jetzt so nah am Shop könntest du einkaufen ich komm, könntest du noch einkaufen, rein theoretisch Achtung, wir wollen keinen abhängen die Sicherheitszone ist das Weitere ich komm, andere Seite, andere Seite ja du wirst es überleben wir sind noch übrig, nicht nachlassen stark nichts, 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 nichts nein feindliches Ziel direkt vor Ort das Gas verbreitet in die Päd schnell in die neue Sicherheitszone nein Auftrag abblasen es ist vorbei das Gas kommt du hast es geschafft und den gut stark boom, Junge stark gemacht, Kimi stark gemacht ey, geil, wir haben gewonnen TTV sagst du, dann kommst du her weggemacht das war eine starke Aktion das war eine starke Aktion Starke Aktion Wichtig! Okay. Für nen Sieg? Ja, nur Struggle. Wow, Kimi, du kriegst hier richtig Komplimente im Stream. Ja, und da habe ich die Liste noch. Man sieht das gar nicht. Die Vivian hat dir... Ach, der sah ganz kurz aus wie du. Moin an die neuen Zuschauer, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr da seid. Ach, geil, ey. Wer hat geschrieben, die sieht aus wie Deutsche Emerald? I don't know, Fatty B. Geiler Name. Geiler Name, ja. Ja, wie Cardi B, oder? Heißt sie nicht Cardi B oder so? Ich glaube, oder? Diese Sängerin? Cardi. EBS mit ein paar Zielübungen. Der Einsatz geht bald los. Stark gemacht auf jeden Fall. Stark gemacht auf jeden Fall. Die Plakane warm geworden. Das war auch, ey, die letzte Schrubbelwaffe da gerade wieder gefunden, ne? Die M2, ey. Ja, okay, er verteilt richtig. Äh, richtig, oder wie, er oder wie. Weiß ich ja nicht. Ents. Ents. Hallo. Hey. Hey. We have a new challenge. Wir müssen sprechen mit einer hohen Stimme, bitte. Ja. Ja, eigentlich ist meine Stimme hoch genug, aber wir müssen noch höher. Wir müssen die Leiter noch höher. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. So, nächste Challenge. Challenge accepted. We go inside. Die Vivian ist ja auch so geil. Wir müssen dann vergessen, wie wir zu Hause sitzen mit Apfensee in Tablets, wenn ich auch noch anfangen zu streamen. Ja. Vivian ist auf jeden Fall eine harte Supporterin. Hüschchen. Auf die Fruchtfliegen-Party. Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Sehr ein Lünderanser. So, Leute. Wir springen raus. Wir gehen auf Lila. Lila. Denn Lila macht geiler. Der Feind springt über dem Gebiet. Vorratskette identifiziert. Position wird markiert. Alle Ziele schatten wir da. Legen wir los. Aus! Sie kommt auf Lila, der Feindsicherung. Die Erden sind in der Roundhouse. Die Erden sind in der Roundhouse. Was haben Sie da? Drei Sekunden. Feindliche Drohne über uns! Leine macht... Leine! Trophiesystem eingesetzt. was ist denn mit dieser braun ist in ordnung hier oben wo denn? um am dach? um am dach? was macht die denn da? feinde landen im einsatzgebiet ich werde beschossen ich werde hier beschossen alle weggeknüppelt weggeknüppelt feindliches geschütz aktiv oh hinter uns kommt schon ein loadout loadout alle vor Ort gehen, sie sind gefunden, gute Arbeit oh nein, ist der da zu der Feind springt über dem Gebiet noch einer, noch eine noch eine Ignoriert das! Positiver Kontakt ist es! Hey, was? Warum? Scheiße! Wieder! Komme! Rudi! Scheiße! Scheiße! Positiver Kontakt ist es! Jetzt liegt es an dir! Hol uns den Sieg! Wir verlieren es dann wohl! Feindliche Drohne über uns! Geiler macht geiler! Nachladen sich! Ja! 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 Ich glaube doch schon! Schon reingeladen! Positiver Kontakt! Infäng Munition! Das gehört mir! Mal irgendwo einen Job! Mal einen Job! Leute, nicht wundern! Das ist nur ne Challenge, ne? Voll angenehm! Ja! Voll angenehm! Oh! Er hat doch mich geschossen! Uppsala! Was ist denn da los jetzt? Sie hat geschossen! Das war die Kiefer mit deiner Stimme! Tichy links von uns! Marc links von uns! Also hier die Richtung rechts jetzt! Koordinaten markiert! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Ja! Also ich finde auch, dass dieses Nutz in Hintergrund... Ah ja! ...die ganzen Stream so ein bisschen erotisch wird! Mann! Einmal da! Neue Sicherheitszone wird markiert! Ja! Neue Sicherheitszone wird markiert! Ja! Schau mal schnell! Ja! Wer heißt der? Tief's denn nochmal! Helf mir auf die Trümme! Ja! Weiß ich auch grad nicht! Wer ist es denn? Aber stimmt! Original! Ey! Nein! Nein! Aber wer ist es denn? Ey! Original! Alter! Du weißt nicht ab wie diese Schildkröte! Ja! Genau! Sascha Grammel! Genau! Einse Schildkröten! Wie wir ihn schreiben am Eisteil? Sascha Gammel? Ja! Der Sascha Gammel! Wer kennt ihn nicht? Noch 25 übrig! Gute Arbeit bisher! Markiere Vorratsstation! Mark, hast du äh... Stehen was? Frankliche Drohne über uns! Ich weiß auch nicht! Ne! Verpackt äh... Du behältst deine Ausrüstungslieferung! Ach! Leck mich doch am Arsch! Sie nehme ich ins Visier! Verpündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Hey doll! Kommt einer rein! Rücken LMG! Ach! Leck mich doch! Leck mich am Arsch! Wirklich! Wo ist denn jetzt nicht? Ich liegt safe! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Kommt oben mal rein! Ach! Wirklich doch, ey! Wo sind denn die, du? Der kommt runter! Der kommt runter! der feind nähert sich ich war es so schon einmal tot nein dein team ist tot jetzt liegt es an dir ich meine ich habe ihn gleich an die ecke werfen was ist denn da Schlussverkaufaktien. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Oh, hallo. Bist auch froh. Lappen. Hey, Mann, das kann es doch nicht sein. Wo ist denn der? Oh, mal eine Treppe. Oh, nee. Ach, Mann, ey. Ist rausgesprochen? Ist er so. Äh. So, dann wollen wir mal. Leute, nicht wundern, hier ist nur eine Challenge. Stahl wird mit Stahl geschärft. Der Feind nähert sich. Warum auch immer diese Information wichtig ist. Was ist denn für ein Stahl? Huckstahl. Ja, das hat er gesagt. Eben einer hat das gesagt. Ja, da wird mit Stahl. Das Gas nähert sich dir. Schon wieder dieselbe. Hallo. Hallo. Wir sind da. Ja, wir sind. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Ziel am Boden. Kipp mal auf jetzt. Mann, du nervst einen schön. Wieder geholt. Hä? Oh, das war doch auch noch einer. Markiere Wegpunkten. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel, Acht. Der Feind ist Jumping. Ich glaube, er ist der Marsch. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Neue Kettenwerfer. Nein. Immer noch safe. Ja, cool. Neue Kettenwerfer. Was ist die Feuer? Ziele am Boden. Ey, da schimmelt der da oben in der Ecke. Auch so in einem Schreibtisch. Ich bin rein. Oh, ja, ich komm. Ja, ich kann weitergehen. Super. Der ist immer noch da oben drin, Fisch. Das Gas nähert sich dir. War aber leider nichts zu werfen. Ich hab dir doch letztens mal mit dem Hoso erzählt, ne? Hoso. 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 Hoso Mexikaner. Leck mich doch am Arsch. Leck mich einfach am Arsch. Wirklich jetzt. Ja. Hallo. Ich geh mal einen Hedgehop geben. Oh, schade. Vielleicht. What? Warum du willst keinen Hedgehot von mir? Arschloch. Mann, nee. Arschloch. Hallo. Gott, Mann. Ausgelacht. Nicht nachlassen. Jetzt ist es an dir. Hol uns mit dir. Wir können das Zielobjekt nicht erreichen. Auftrag abgabend. Ziel festgelegt. Jetzt dauert das Tonhund. Alles klar. Clusterschlag gestartet. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheit. Feindkontakt im Freien. Keine fünf Ziele mehr. Packen wir es ab. Ausgesprungen aus dem Helix. Das Gas kommt. Oh. 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 Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Oh. 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 Stahl wird mit Stahl geschärft. Mit 15 Kills werde er auch verdient. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Das Gas kommt! Das Gas kommt! Das Gas kommt! Hier bin ich! Hallo! Mit dem C-60 habe ich dich gemacht! Mit dem C-60! Bye-bye, du Lappen! Kack, Lappen! Lösch dich! Lösch dich! Komm Junge! Was ist los hier? Auf ganz sympathisch weggemacht! Auf ganz sympathisch! Kack, Lappen! Was ist die? S 보내 ich noch! Das ist völlig ausreichend, einfach nur damit zu stehen und gut aufzunehmen. Ja, das reicht vollkommen aus. Ich habe doch keinen gemacht. Ich habe keinen gemacht. Das war eine gute Runde. Voll toll. Stimmt, der Fischi hat meine Kills bei sich mit drauf. Sorry. Na klar. Ich habe die mal angeschnibbelt und der Fisch hat dann zu Ende. Was? Wir sind raus? Ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber er sucht schon wieder Leute. Get downloaded? Geht doch morgen los Leute. Geht doch morgen los. In 6 Uhr. Mit deinem Season. Nee, das war eine nice Runde. Hat mich gefreut. Ich hoffe, Kimi, du hattest jetzt auch ein paar Supporter da drin. Ein paar Supporter. So? Ja. Zwei. Hey. Kimi, ich sage ja, wir arbeiten langsam dran an den drei Durchschnitt. Wir brauchen nur noch diese drei Durchschnitt und 19 neue Follower. Eine hast du doch gerade gemacht oder nicht? 18. 18. Stark. Party wurde verlassen von allen Mitspielern. Also bin ich bestimmt rausgegangen. Ja. So, hab euch auf jeden Fall alle eingeladen. Nee, ey, guck mal, ist doch auch schön. Du hast ein neues Follower gemacht. Wir haben einen Sieg geholt. Mann, besser kann man doch gar nicht entertaint werden, oder? Also machen wir uns doch nichts vor. Naja, klar. War das nicht sogar auch ein Sieg mit Ansage? Wurde da nicht gesagt hier mit der Stimme? Ja. Und dann Sieg und rein und abfahrt, oder wie? Hm. Ja, vielleicht spielen wir jetzt immer mit der Stimme. Ich finde sie gut. Maulwurfen. Ah, ja. Ich glaube, wenn ich dann Leute beleidige, ist auch nicht schlimm. Sehr süß. Ja, das stimmt. Du hoheren Sohn. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Arschloch, arschloch. Ha, ha, ha! Darf man nicht sagen. Kann man eigentlich ab? Affiliate Challenges, äh, annehmen? Hm. Ja, dann kannst du Challenges einstellen, so wie bei mir, dann auch bei dir immer mit hoher Stimme. Tiefe Stimme, Englisch Challenge, Sport Challenge. challenge 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 ja das ist ja mehr follower die müssen alle reinkommen echt 18 stück und da könnte man mal gönnen hallo an meinen stream wenn da mal bei der kimbali reingehen und vielleicht mal ein polo da lassen ihr solltet euch auf aber aber ich habe über dem gebiet ab auf den himmel ab ich schwöre ist ihr hört sich an wie diese schildkröte von dieser krammel original mann alter aber irgendwie finde ich das auch irgendwie ab und zu ist manchmal glaube ich süß mit dieser hohen stimme es entertaint ja auch also machen wir uns nichts vor es ist ja auf jeden fall immer lustig moin an die neuen streamschauer herzlichen willkommen freundlich doch nicht mal dass ihr da seid geiler emote von der vivien da kommt erstmal der monte rein direkt am lachen direkt am freien so ach mann du scheiße ich hätte mich voll hängen geblieben genug aufgewärmt bereit halten für den einsatz im kriegsgebiet kürzlich ich muss morgen unbedingt erst mal mein fliehen jetzt hier in meinem neuen setup hier anbauen Ey, Bruder hier, diese Beleuchtung, die saugt die Viecher so an, ne? Ajo, wetten, Buller Schemickel. Ajo, wetten. Jo, Wappen. Also wir machen nochmal eine neue Challenge. Wir gehen nochmal rein mit hoher Stimme. Ja. Können wir am Dach landen? Ich komme. Ja, danke. Oh, bin ich tot? Schade, ne? Lappen. Nein! Ey, jetzt ist der wieder ins Wasser gefallen, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so eine geistige Störung haben? Boah, ne. Ich hab Plaster gefunden. Ja, bei mir sind Spieler drinne. Bei mir. Cool, ich hab Algen gefunden. Algen? Das sind Wasser. Ja, wir sind im Wasser gefallen. Da landet einer. Ja. Ja, ich hab mal da. Der Feind nähert sich. Feindliche Patrouille. Feindliche Patrouille. Ausgelöscht. Du bist tot. Wir können Bruder kaufen. Ja, aber hier sind Gegner. Nee, nicht. Bei dir nicht, dann komm ich mal rüber. Feindliche Patrouille. Feindliche Patrouille. Oh, ein Peci. Ein Peci haben wir gefunden. Klöterungsauftrag. Bitte bestätigen. Haben wir hier einen Shop? Hallo? Oh, hier ist jemand. Wo bist du denn? Oh, du bist acht Kilometer weg. Oh, Panzerung. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. I have some money. I have some money. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Da ist einer gelandet, aber der ist faul. Das Gas kommt. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Mein Gott. So, und Abfahrt. Feindlein die Olle. Oben ist auch. Oben ist auch. Loadout. Setz einen Summit both. Wir müssen weiter zur Sicherheitszone. Reindlein die neuen Zuschauer. Also, das ist auch nur eine Challenge, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Aber, wir machen immer alle Challenges hier. Alles, was meine Zuschauer hier so machen, da geh mal rein. Oh mein Gott. Oh, der Peci wird verfolgt. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Hoppala. Wo ist er jetzt denn? Oh, die sind näher. Sind wir im zweiten Loadout geholt? Geschwitten ausgezeichnet! Komm, hier ist ein Fenster. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Die sind übrigens sehr nah. Ich hab Angst. Feindliche Drohne über uns. Oh, ich kann mal reingehen. Das Gas breitet sich aus. Vor mir! Vor mir! Vor mir! Hallo! Hör auf! Oh, jammer! Ich bin raus! Setze einen Luftschlag ein! Hier ist Stryker 3-1. Alles klar. Luftschlag im Anflug. Dabei ist noch einer auf dem Strack. Auftrag gescheitert! Gehen wir uns mehr Mühe! Schüsse daneben! Uiuiuiuiui! Wo war er denn? Hallo? Der Feind nähert sich! Oh, der hat aber fertig. Kleinkaliber Munition hier! 25 übrig! Gute Arbeit bisher! Ich bin kurz verarscht. Kurz verarscht. Da oben landet einer. Da oben. Schon gut. Markiere Wegpunktkoordinaten. Ich will auf mich schießen. Hallo. Ohne Schießen heute. Ohne Schießen, Mann. Ohne Kratzen. Ohne Kratzen. Ohne Kratzen. Oder ich wollte er nicht von mir. Mit Rohm. Der auf dem Dach hat die Regeln gebrochen. Er hat doch geschossen. Der Feind hat dich verloren. Du bist sicher. Ja, dafür ist er jetzt aber auch tot. Ja. Dann geht das von unten nicht oder warum denn nicht? Feindlicher Faktionsrufschlag in Deckung. Ja, habe ich drauf geschossen, aber nur Schilfschlag. Das Gas kommt. Verklappen. Und nochmal. Oh, Kriese. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Mann, wo ist denn der jetzt? Mann, wo ist denn der jetzt? Das ist noch so unten rum. Welcher Balkon? Über mir? Hoppala. Bin runtergefallen. Soll sie zacken. 24 Meter. Sylt West. Sylt West. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Hier ist gar kein Schock. Schussverkaufaktion. Kreise der Vorratsstationen wurden angepasst. Oh mein, Turm ist einer gelandet. Hier, ich bin dran, yes. Vorratskiste markieren. Paket sichern. Scheiße. Was hier? Markiere Vorratsstationen. Markiere Vorratsstationen. Irgendwie über ein Fenster sind welche reingegangen. Der Kussverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Oh, da sind aber ziemlich viele drin. Und gestartet. Alter, ich bin schon wieder drüben. Ich muss eine Zähne an die Oben. Ich hoffe, ich schriff. Ich habe keine Macht mehr. mal schnell ran ran machen mann ey arschloch voll unten nein unten 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 Das war's. Ah, jetzt aber. Boah, ist das warm da oben. Bin zu. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwärmen. Zeit zum Aufwärmen. Zeit zum Aufwärmen. Der Feind nähert sich. Gut, das war genug vorgeplänkelt. Jetzt wird das ernst. Der Feind nähert sich. Battle Royale. Und die Arme, ne Markaisen. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Das Gas ein. Schnelle in die Sicherheitszone. Erledigt. Erledigt. Ach, Harley. Ach, Harley. Sie haben mich anvisiert. Nein. Es ist zum Kotzen, Mann. Es ist zum Kotzen, Mann. Ey, lass mich wiederkommen und ich nehm euch alle auseinander. irgendeine Ekelhaft. Ekelhaft. Fass da, Alter. Jetzt reicht's, Junge. Jetzt reicht's mir. Jaaa. Du bist ja recht. Feindliche Drohne über uns. Mann, es ist schon wieder einer hinter mir. Ey, jedes Mal landet einer hinter mir, wenn ich auf einen anderen schieße, Mann. Es ist zum Kotzen. Da ist noch einer am Dach. Jetzt knallt die da weg, die Lappen. Ja, schönes Ding. Das ist wieder einer. Da holt sich wieder. Da geht noch einer hoch. Dann nacho direkt am Dach. Hierher. Da ist einer. Stehe unter Frankreich. das gas breitet sich aus auftragszeit abgelaufen wir haben das ziel verloren wir sind in der sicherheitszone erledigt werfe betäubungsgranate noch eine angezeigt das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert positiver kontakt vergesst es positiver kontakt bei dem geld ganz kann ich wo bist du ach hier der landet weiterhin ausrüstungslieferung ist unterwegs hinter mir hinter mir hinter mir ja die kommen die kommen die kommen mark hast du denn noch nicht ganz hat nichts zu werfen wirst du geladen scheiß knarre der feind hat dich verloren du bist sicher da hinten noch einer Kontakt! Feindliche Drohne über uns! Kleinkaliber Munition hier! Wir sind an der Tür. Ja. Gerade zum Scheiße, er hat mich gefehlt. Von mir durch, von mir, kommt von mir. Ich bin los, ich bin los, ich bin los. Das Gas! Nein, der ist raus! Aber ist noch einer? Noch, 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 noch! Komm, komm, komm! Mann! Feindkontakt im Freien! Wo warst du oben oder unten? Oben, außen! Der ist immer nach außen! Nein! Nein! Was ist denn? Was ist denn? Wir müssen zur Sicherheit kommen! Noch einer? Nein! Die sind letztendlich! Die haben uns geführt, die haben uns geführt. Es sind noch 24 Feinde dort draußen! Töte sie alle! Abbruch! 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 Ich hab keinen... Ah, jetzt ist viel verpackt oder was? Ah, nee! Ach, Gott! Ich hab die Füße geschehen! Da sind auf jeden Fall welche drin? Wir haben unsere Mitfahrgelegenheit! Da ist auch einer! Setz einen Summit-Punkt! Das Gas breitet sich aus! Sicherheitszone wird verlegt! Gut verkauf aktiv! Preise der Vorratsstationen wurden angepasst! Noch einer! Positiver Kontakt! Feindlich ist ohne über uns! Am Hause ist auch einer drin! Setz einen Summit! Sie haben nicht ambiziert! Mann, das kann nicht sein! Komm rein! Mann, es mischen sich wieder 800 Leute ein, ey! Feindlich ist ohne über uns! 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 IH está! Pflicht! Pflicht! F KHK! Essen transfer mittlerweile! Alle Preise wieder normal. Weiche landen im Einsatz. Das Gas breitet sich aus. Wer ist da noch? Oh nein, komm raus. Ziel der Seite. Wer ist da noch? Mit dem Schild. Feindkontakt. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah! So, da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einer soll da Luft. Oh Papa, hast du noch? Mhm. Reindliche Drohne über uns. Das kann nicht sein, Alter. Ehrlich jetzt. Schön gepusht. Das Gas leitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Sicherheitszone verlegt. Habt ihr schon Geist? Ja. Müssen wir schnell holen. Jetzt. Geist. Feinde landen im Einsatzgebiet. Nein Gott. Geist. Scheiße Mann. Ich bin in dem Haus. Ich denke mal Sniper haben da irgendwo. Es liegt genau so schön fern. Ent 47. Feindliche Drohne über uns! Beide Typen mit! Bischof! Wir fälzt ein Fenster deinem Haus. your house 하나! Dr. Jeffrew noch zehn weiter so ländler hatte geworfen trofiesystem online trofiesystem installiert das kommt näher neue sicherheitszone wird markiert das gas breitet sich aus wir müssen zur sicherheitszone geworfen werfe eine granate keine fünf ziele mehr packen wir es an wir sind safe am dach und auf der straße noch zwei wir sind nur noch zu viert das kann nicht sein einer ja ich aber ich kann ja nur eine seite abdecken ja weil einer ja auch nach oben angezeigt worden ist wir haben nur noch dich erwähnt feindliche diese runde ging an den fangen aber sie kommt wieder um es zu ende zu bringen warum wiederholen aber was hast du jetzt gesagt mit wiederholen radi gerade ganz kurz die musik ist doch mega laut ja so was hattest du jetzt gar nicht wiederholen gesagt flugzeuge werden einsatzbereit gemacht ich habe einen kaufen können oder wie man ach so ach so ach so ach so ja 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 klar der land im einsatzgebiet unter feindbeschuss wir haben jamoin nächste challenge jamoin jeden Satz mit jamoin beginnt Leute jamoin nächste challenge jamoin muggimahin jamoin muggimahin jamoin muggimahin jamoin muggimahin händler bestätigt battle royale mähle einen einstiegspunkt für dein team soldat jamoin muggimahin jamoin muggimahin jamoin muggimahin When getroffen der fein springt über dem gebiet lineup Denn er zieht es, dass sie alle zu töten! Nee! Unbefeift! Ach komm, Alter! Weil er so lange braucht, um die Schrot in der Oberfläche. Komm! Nimm sich immer die Gasmaske! 200? 200? Ja moin! Ich brauch ein bisschen Geld noch, dann haben wir es! Brauchst du mein Geld oder so generell? Ja moin, ich brauch eigentlich gar kein Geld mehr! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Falt sich die Drohne über uns! Sie nehmen mich ins Visier! Geschütze aktiv! Holt sich jemand dieses LMG! Falt sich die Drohne über uns! Der Falt nähert sich! Ich hab ihn verifiziert! Ich hab ihn verifiziert! Ich hab ihn verifiziert! Ja! Ich hab ihn verifiziert! Ich hab ihn verifiziert! Ja moin! Ich hab ihn verifiziert! Ich hab ihn verifiziert! Ja, das ist meins! Ja moin, du! Dann gehen wir nochmal hoch, ne? Das Gas breitet sich aus! Ja moin! Wo ist denn jetzt hier einer? Was soll ich mal? Ich bin jetzt hier einer. Ja moin! Das ist jetzt noch nicht. Ja moin! Herzlich Willkommen zu neuen Zuschauern! Hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Ja moin! Hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Nur noch 25! Oh! Er liegt! Er liegt! Er liegt! Er ist schön lockt! Vor die Rechten! Stark! Ja moin! Stark! Ja moin! Fireball! 06! Feindliche Drohne über uns! Ja moin! Von wo denn? Du erhältst eine Ausdruckungslieferung! Bedrohung! Achtung! Verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug! Der Schaden breitet sich aus! Sicherheit ist vorne mit völlig! Kopfgeldziel gesichtet! Schnappt es euch! Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet! Und morgen! Wir können nicht den Loadout holen! Und morgen! Wir können nicht den Loadout holen! Wir können nicht den Loadout holen! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Feindliche Drohne über uns! Ja moin! Ist ja gar keiner auf die Karte! Es ist ja gar nicht die Drohne! Das ist ja gar nicht die Drohne! Die Drohne sind in der Luft! Ich will nicht die Drohne! Und dann die Drohne sind in der Luft! Ich will nicht die Drohne! Ja moin, ich geh mal ne Etage höher, oder? Was war die hier drin? Kontakt! Falschliche Patrouille! Das war's noch! Das war's noch! Das war's noch! Ich bin dran! Ich geh mal zu gehen! Na moin, die holt sich aber wieder hoch, ne? Der Bündnis Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Die haben mich anvisiert! Anna liegt! Ja moin! Anna liegt! Der ist tot! Ja, den haben wir! Oh, der ist weg vom Meter! Was ist noch einer? Falschkontakt im Freit! Bin getroffen! Getroffen! Was meinst du, du kannst dir den Mark anmachen oder was? Was ist noch einer? Ich bin noch einer! Ich bin noch einer! Falschliche Patrouille! Das Gas brach! Neue Sicherheitszone gefunden! Die Zeit ist um! Auftrag ab! Schussverkauf aktiv! Preise der Vorratstationen wurden angepasst! Was? Jaaa Ich komm jetzt ganz schnell! Boah! Verstanden! Boah! Oh! Wie ist denn der Lande denn? Boah! Feind! Feindliche Drohne über uns! Okay, Blake! Feindliches Ziel! Nein! Sniper wird erwischt! Komm! Runter! Komm! Rundher! Komm! Rundher! Komm! Komm! Feindliches Team! Verfolgt deine Position! Der Schussverkauf ist beendet! Alle Preise wieder normal! eine platte hätte ich noch alles gut ich hab es gefallen hier unten mein Gott der snipe da war auch mal kaputt ist raus du schießt ganz andere Seite ne ich hab auf den geschossen wo gesniped wurde er hat auch auf euch gesniped nein Fischi Security sniped guck mal der stand gerade da oben und hat euch in den Rücken geschossen nein ich wurde von vorne von Security getroffen oh da ist ein ganzes Team und da sind alle meine Waffen bin getroffen getroffen warte ich komm ja alles gut die sind da vorne irgendwo am Haus ist da irgendwo ein Sniper wo denn raus ja da ist noch einer raus neue Sicherheitszone gefunden was denn Sturmgewehr weiß ich doch nicht ich hab auch nicht nein weiter wie zumindest krieg ich mich runter hier unter Fass geschossen ich habe nicht auf dem Baden im gebäude nein bei mir bei mir nein zwei leute ja geht durch geht durch ich rücke vor 1 hält weiter die meine sachen ach ne das sind meine sachen jo perfekt hinter dir kommen auch noch welche rein ne schade war ne starke runde das war ein harter kampf daraus aber war mega spiel einfach starke spiel starke spiel starke spiel ja gerade war aber weil ich auch dahinter schade 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 los aktivität die schießen auf mich schade 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 Wenn wir treffen, wir treffen. Okay, jetzt war das das, oder? Wenn wir treffen, wir treffen. Jetzt verstanden. So, wenn du den benutzt, dann benutze ihn richtig, weißt du. Kann halt nicht jeder noch was tun. Der Feind nähert sich. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Der Feind nähert sich. Ich bin ein Happy Guard. Ich bin ein Happy, Happy, Happy Guard. Wenn es rauf ist, dann ist es. Es ist nur halb zwei ungefähr. Na ja, vielleicht machen wir auch 20 vor zwei oder was? Ich würde es aber auf zwei oder was weiß ich. Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Wenn du keine Kohle mehr anmachst. Ein feindliches Team jagt dich. Pass auf. Okay Leute, legen wir uns ins Zeug. Das ist doch so gut. Das ist doch so gut. Der ruf. Mein Gott, der rennt mir auch acht Kilometer hinterher. Hat auch nichts Besseres zu tun, ne. Feindliche Drohne über uns! Direkt mal gerecht Wir haben das Dings, ne? Wir haben das Geld Wir werden ja auch shoppen Oben auf Chemical ist aber einer Mein Geld, schnell! Feindliches Ziel! Ausrüstungslieferung ist unterwegs Bis den feindlichen Verfolgern entkommen! Gute Arbeit! Ich glaub die sind da unten reingekommen Ne, die sind da unten raus Ah, ihr geht rüber, ah ok Hey! Ah! Ah! Ach. Der ist furcht. Nein, 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 nein! Der brennt Granaten geworfen! Der hat nechtern, wer hat nechtern, wer hat nechtern, wer hat das immer noch! warum hast du ein messer damit gar redet ja auch keine ahnung das ist auch schon wieder kacke dass er da wieder hast du ein messer brauch da nicht hinfliegen hier sind wir alle noch hier bei dem fisch klar mach mal hamster nach ausrüstungslieferung ist unterwegs die haben die 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 sicherheitszonen verlegt die pushen schon mit stahl geschärft ein gott schon blöd oder was Wir haben das Geld, lass mal... Ja, oder wir gehen da hinten zu dem Shop, ja, können wir... Auftrag abgeschlossen, gut gemacht Holen wir uns die Scheine Da ist keine Platten drin, für ich brauchst du welche? Machen wir gleich alle So, mal eben eine Drohne Du erhältst deine Ausrüstungslieferung Markiere Panzerung Danke für die Platten Geht mal Restgeld Habe ich doch schon hingelegt Wo denn? Stünderungsausdaten, bitte bestätigen Ich hab mich direkt hier vor die Füße gelegt, aber das hast du ja nicht schon gedacht Vorratsgäfte gefunden Hier liegt es doch noch Ich hab's nicht gesehen, so Hier ist wer auf die Füße Auf der Kurat Auftrag aktualisiert Ein neues Zielobjekt, die wir hinter die... Das Gas kommt Jetzt können wir in den Krieg ziehen We're ready Hab ich alles abgekackt, Vivian? Dreh ab Wie ist denn auch da, Vivian? Was soll das eigentlich da? Dass der da oben bis vor tut Vivian? Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Schussverkauf aktiv, Preise der Vorratsstationen wurden angepasst Wo gibt's hier Streit? Aus Was bin Jürgen? Auftrag gescheitert! Feuer einstellen! Er hat verkehrt, aber war kein Brei Komm, 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 komm Der Busverkauf ist zu Ende! Alle Preise wieder normal! Bedrohung! Die Uhr tickt! Begib dich zum Ziel! Das Gas kommt! Auftrag abgeschlossen! Gut gemacht! Mark, du bist da hinten alleine, ne? Nein! Und wo? Hilfe! Ich weiß nicht, von vorne, glaub ich Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Ah, da oben, Fenster! Was heißt da oben, Intense? Ja... Weitere Drohne über uns! Welches Gebäude denn? Das Gas kommt leer! Die heutige Einszone wird markiert! Feindliche Drohne über uns! Der runter? Ach, da gibt es doch nicht mal eine Reihe für! Sind zwei Teams? Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin schon wieder down! Ich rass sie weg! Oh nein! Das Gas kommt! Ich bin kinder! Ich bin ... Ich bin an einem anderen Briten, Ich bin einiger Begriff! Ich bin einiger Typ! Ich bin einiger Typ! Alles startklar Weitliche Patrouille Die Uhr tickt, ich begib dich zum Ziel Hey, ich komme nicht wieder Soll noch Fälle übrig Auftrag abgeschlossen, gut gemacht Das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt Das Gas kommt Zur Sicherheitszone ist es weit, kommen wir rein Blendgranate geworfen Mann, das kann nicht sein, Mann Hey, ich schmeiß Flash, ich mach, ich tu, Alter Ich schau nicht, ich schau nicht Wir haben verloren, aber beim nächsten Mal kehrt der Starter zurück Ja, dann steh auf Was? Dann steh auf Ja, ich hab dich noch gefragt, ob es sich noch lohnt Und dann hast du gesagt Hab ich dir doch schon vor 10 Minuten gegangen Ja, aber jetzt sind wir noch mal 10 Minuten rumgegangen, ne? Bis gleich Bis gleich Mann Da waren wir jetzt auch wieder richtig zerstreut Ich weiß gar nicht, warum wart ihr denn jetzt Oder warum waren denn zwei Leute jetzt ganz rechts auf der Seite? Weil der Mark da von vornherein da war Und ich hab doch gesagt, ich geh eben rüber zum Mark Ihr solltet euch aufwärmen Der Einsatz geht bald los Der Feind nähert sich Ausgeschaltet Das Aufwärmen ist erledigt Legen wir endlich los Ah ja Kopfgeld auf Okay, Soldat Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team Gas nähert sich deiner Position Bewege deinen Hintern Angriffsfreigabe für alle Ziele Hab eine Feldaufrüstung gefunden Kopfgeld zielgesichtet Schnappt es euch Aufklärungsüberflug unterwegs Drohne erreicht Einsatzgebiet Das ist das Gelb Ich kaufe Loadout, kommt wieder zurück Haben wir hier einen Shop bei uns Ja, aber ich bin hier hingegangen, weil ich gesehen habe, dass ich die neue Fahrzeuge habe Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet Gott gemacht Achtung, Drohntreibstoff wird knapp Zurück zur Basis zum Nachgang Braucht das jemand? Kann hier einer die Munition mitnehmen? Aufrüstung gefunden Und 200 noch geben, dann kann ich direkt den zweiten holen Ja Klar, Fischi, alles Du erhältst eine Ausrüstungslieferung Du erhältst eine Ausrüstungslieferung Das Gas breitet sich aus Einmal Munition werfen Ich kann noch eine Drohne holen Feindliche Drohne über uns Wir müssen weiter zur Sicherheitszone Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Einer K.O. Da hinten, wo die roten Punkte sind Ziel für Luftschlag markiert Ausschalten Hier ist Striker 3-1, alles klar Luftschlag im Anflug Die Maus gelöscht, stark Platziere Panzerabwehrmine Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone gefunden Nicht ohne Weste Ach, dieses Klauschwein war das dann schon wieder Ich glaube, das ist eiskalt einer von euch Ich war gerade dabei, oben am Dach anzuvisieren Hinter mir Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir Auf meiner Etage Auf meiner Etage Ey, das Kann nicht sein, Alter, dass er da am Gammeln ist, ey Wie so ein Stück Dreck sitzt der da Er läuft irgendwo hier auf meiner Etage Ja, Marc, auf deiner Etage Bei mir ungefähr Also so 115 Meter vor dir war der Scheiße, Kontakt Wir können nicht so einzeln da reingehen, das ist scheiße War nicht einzeln Er hatte deine Knarre oder was Ja, bestimmt Klar, die haben doch nichts Gutes Die wissen doch alle nicht, was karte Waffen sind Ich spiele doch mit dem letzten Dreck Ja, weil die nichts können Hamstern-Auftrag markiert Das Gas nähert sich dir Geh ins Zielgebiet Du hast nicht viel Zeit Fair Steps Der Auftrag ist erledigt Das war wirklich gut Kontakt Jetzt schnürfst du mal durch deiner Lache Gibst du mir mal eine Waffe wieder Ehrelose Stück Dreck Oh dann, ja Ja, ja Kannst du deinen Lordard holen? Einer Rattenkönig der, ey Achtung Feindliches Team verfolgt deine Position Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Stopp, wir doch Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt Schlussverkauf aktiv Preise der Vorratsstationen wurden angepasst Geht euch selbst Wiederbelebung holen Ist umsonst, ne? Hier, ihr könnt noch Cluster holen 800 Ein Cluster kostet 600 Bei einem Prez ist egal Schnappen wir ihn Arsch' mal Nein, nein, ich bin zu warm Du warst so viel falsch Sorry, das war echt, tut mir leid Mit meinem dicken Schenkel war mein Kopf da raus Aktivität! Das Gas nähert sich dir! Der Feind hat dich verloren! Du bist sicher! Wie fliegt einer mit einer Drohne rum? Ich... Feindliches Spiel! Feindliches Spiel! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Feindliches Spiel! Also hier ist alles drin in dem Haus! Es sind weniger als 10 Feinde übrig! Vielleicht mal ein Klasse oder so was drauf! Der fliegt nur aufs Haus! Aber wenn Prezi dann ins Fenster rein lenken! Aber ich würd's machen wenn die gleich alle sich bewegen müssen! Ich kann noch eine Drohne holen! Das Gas kommt! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird gestartet! Wo ist oben da einer? Weiß ich hier auf Herr Raider! Abwärts! Verbündeter Clusterschlag nähert sich! Ziel für Luftschlag markiert. Ausschalten. Das Gas beides sich aus. Sicherheitszone verlinkt. Du verlierst am Boden. Du bist unter den besten Künsten. Ziel am Boden. Da oben läuft einer. Ein Schuss. Hier auf der Handbeschuss. Starkes Ding. Ich hab gar nicht mitbekommen, wer von der letzte war. Ich hab gar nicht mitbekommen. 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 Stark. Ganz locker noch mal reingegangen. So, letzte Runde für mich. Und dann geht's schlafen. Wir wollen morgen wieder arbeiten. Na klar. Mal uns da nix vor. Ihr solltet euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Der Feind springt über die Gefühle ab. Auf den Himmel ab. Der Feind springt über dem Gebiet. Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gas nähert sich deiner Position. Bewegt deinen Hintern. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Platziere Panzerabwehrmine. Nimm dich jemanden die Gasmaske. Wir haben das Geld. Fisch? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, schweil. Ich bin weit oben. Hallo. I'm back. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. verbündete ausrüstungslieferung unterwegs ich habe hier eine gasmaske feindliches team verfolgt eine position feindliche drohne über uns feindliche drohne über uns trophiesystem eingesetzt feindliche drohne über uns sie nehmen mich ins visier ich hab ein prez gefunden wenn wir brauchen panzerungskiste hier waren auf jeden fall schon welche drin mein gott dickes kind ich bin getroffen ausrüstungslieferung ist unterwegs das glas weitet sich aus sicherheitszone verlegt feindliche drohne über uns ein sie haben mich anwesend sie haben mich anwesend der feind hat dich verloren du bist sicher unterwegs leute ich bin so am übeln immer geld schatz verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet vor allem der land im einsatzgebiet sauberer schuss markiere schon gut kontakt positiver kontakt positiver kontakt kontakt markiere panzerung und hier panzerung schuss die nicht in der schritte in der schritte fern esse ist nach 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 das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert ja ist doch langweilig was soll ich denn machen ohne schnaufer wieder egal dann sterbe ich halt alle preise wieder normal feindliche drohne über uns der ist k.o. der mal kimmy ist k.o. guck mal jetzt der operator verlierst am boden der kann sich von oben jetzt jetzt sind es ab dir! und jetzt sind sie! das war alleine fisch und jetzt ist noch einer 2 Sekunden der Feind springt über dem Gebiet ab auf den Himmel ab die haben mich angezogen Feindlicher Clusterschlag im Anflug in Deckung Das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert Ziel beseitigt und auch du bist von deinem Team übrig immer noch am wiederholen jetzt sind beide wieder oben einer kommt noch wieder ne hier liegen welche rumpf ich jetzt kommt noch an meine dran hier ist noch eine von beiden ich bin hier 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 Ich bin starker, ich bin starker, ich bin starker Stark, Junge, stark! Unglaublich Marc, bist du noch eine Runde dabei? Ne, ich werde mich jetzt hochhinhauen Mein Hund noch mal verkloppen, der in Abendsbett So, Leute, ich sage, danke fürs Zugucken Danke auf jeden Fall für euren Support Danke, Vanessa, für den September Absolut korrekt von euch Leute, schlaft gut, träumt was Schönes Wir sehen uns morgen wieder In diesem Sinne, 2 Mark 10 Auf Wiedersehen Ciao, ciao